Bewegt Bild Banausen Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt. It's Showtime, Forks. It's Showtime, ja natürlich. Gerade noch drüber gesprochen, das ist auf jeden Fall der optimale Einstieg für diese Episode. Ja, wir haben es nicht gesampelt, das wäre natürlich auch da gewesen, aber dann muss es halt von uns kommen. Das ist ein Zitat aus einem Auftragsfilm heute. Insofern hat das gut gepasst und da muss ich auch dran denken, so kann man eigentlich in die Episode einsteigen. Wie ist es gestriptet auf jeden Fall, wie ist es vorbereitet. Ach, ich finde das passt. Ist auch mal in Ordnung, ja. Naja, vor allem für Leute, die den Film gesehen haben, ja erst recht. Auf jeden Fall. Spannend wäre auch, wenn das in dieser Episode einen ähnlichen Verlauf nehmen würde. Was die Punkte angeht und so. Oder meinst du jetzt? Nein, den Verlauf des Films. Ach, den Verlauf des Films, die Handlung. Dieses Showtime-Fox, wie das strapaziert wird über den Verlauf des Films. Das wäre spannend, wir werden sehen, weil deine Kamerapunkte sind im Arsch, wie wir schon festgestellt haben. Alles für den Podcast, Alter. Alles für den Podcast, ja. Alles für den Podcast, ja. Ich habe gerade live mitbekommen, wie der Sozialkompetente Lee hier mit Leuten umgeht, die an seine Tür klopfen. Mit schönen Leuten. Mit Leuten umgeht. Alter, ich wollte einfach sehr bestimmt und freundlich die Lady abwimmeln. Hast du geschafft. Ja. Freundlich, weiß nicht. Und was macht ihr da so? Ja, wir haben jetzt eine Aufnahme. Was macht ihr so? Ich muss weg. Naja, also das finde ich immer, wie die Leute am Telefon, wenn du sagst, hey, ich muss jetzt echt los. Ja, alles klar. Hast du schon das und das gehört? So, und ich denke mir, Alter, ich habe doch gerade gesagt, ich muss los. Und das war bei ihr halt auch so. Ich habe die ja schon im ersten Satz abgewimmelt, weil ich gesagt habe, so, das sieht nach einem Verkaufsgespräch aus. Und die so, nein, 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 ich will dir nichts verkaufen. Ich will dir eine Chance geben. Und ich so, oh mein Gott, eine Chance, wofür denn? Kinder zu retten. Okay, ja, danke. Ein andermal gerne. Wir wollen keine Kinder retten. Wir wollen einfach nur einen Filmpodcast machen. Eben. So, ich habe gesagt, wir haben keine Zeit. Ich hätte sie angehört. Ja, deswegen. Wie kann ich Kinder retten? Was kann man tun? Was kann man machen? Ja, und deswegen bist du halt auch, was dein Zeitmanagement angeht, eher ein bisschen mit leichtem Gepäck unterwegs, weil du ja auch gerne mal zu spät kommst. Und weil dieses Großmaul, was ans Ende der Stadt gezogen ist, wo ich die ganze Zeit irgendwie quer durchgucken muss, um irgendwie hierher zu kommen, um aufzunehmen, ja. Unfassbar. Ja, ja, Moabit ist der Nabel der Welt, Alter. Du gehst hier einfach ins andere Zimmer und nimmst auf. Also das ist jetzt mal hier Butter bei die Fische. Ja, siehst du. Und das finde ich ist halt auch so ein Respekt. Denn jetzt bist du schon da, dann verplemper ich doch keine Zeit mit der Lady an der Tür. Ja gut, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich hier für die WMF und so alles unterschrieben habe. Insofern hätte ich jetzt wahrscheinlich auch ein paar Kindergeräte nebenbei, bevor wir hier unsere Geburtstags-Action machen. Ach so. Du hast Pech gehabt, dass sie nicht mitbekommen hat, dass du da bist. Tja, schade, dass es nicht meine Tür war. Ich hätte dir zugehört, junge Frau. Natürlich hättest du das. Ja. Und hättest mich warten lassen. So tickst du nämlich. Ich hätte sagen sollen, naja, okay. Komm doch rein, willst du mit uns einen Podcast aufnehmen? Nee, aber die ist gerade nicht in Gefahr. Insofern, keine Ahnung. Wenn ich da Kinder retten kann, warum sollte ich das nicht tun? Erzähl doch mal in unserem Podcast von deinem Projekt. Ich bin einfach zu hilfsbereit. Versuche Leben zu retten. Ach so, ja. Ich habe statt hier, das ist Prio. Guck mal, Sir Care a lot. Ja, Sir Care a lot. Der ist auch schön, ja. So sieht es aus. Ein anderer Auftragsfilm, den wir heute haben. Der passt auch gut. Ja, ja. Vielleicht ist das der Film, der bei mir diesen moralischen Kompass ausgelegt hat. Ich glaube auch, ja. Wo ich gesagt habe, man muss mehr Gutes tun auf der Welt. Du hast da einfach gesehen mit dem Grumpy Bear, so, das kann es nicht sein auf Dauer. Das bin ich, ich. Nee, das ist... Auf Dauer. Also du würdest mir den schon zusprechen, ne? Das haben wir doch schon wirklich weit und breit etabliert. Ich finde dich viel grumpiger als mich. Ach so? Im direkten Vergleich. Ja, ja, auf jeden Fall. Du bist ein Nörgler. Ich bin ein Nörgler. Du bezeichnest aber auch jeden Zweiten als Nörgler. Und das Schönste ist, also zum Thema selbst reflektiert und so. Hast du da mal geguckt, wie es bei dir aussieht, wenn es um Nörgeln geht? Ich nörgle auch ab und zu, ohne Frage. Ich habe da schon selbst Reflexionen. Bist du dann auch ein Nörgler? Dazu bin ich nicht nörglig genug. Ach so, da gibt es so ein Limit. Der gerade ist, ja, der gerade Nörgelt ist schon hörbar. Man muss einen gewissen Punkt erreicht haben mit Nörgeln, dann hat man von dir das Prädikat Nörgler verdient. Du sprichst ja von seiner Zubi an, oder? Der ist auf jeden Fall... Du hast wirklich schon viele Leute als Nörgler bezeichnet. Nee, so viele sind es gar nicht. Das sind eigentlich Dennis und du. Ach, so ein Quatsch. Dave war auch schon ein Nörgler? Dave? Ja. Nee. Doch, auf jeden Fall hast du Dave schon als Nörgler bezeichnet. Das beweist mir mal. Oh mein Gott, das darf Dennis raussuchen. Das suchen wir raus. Der hilft doch nicht. Der würde mir jetzt nicht einfallen. Nö, ansonsten? Doch, doch. Also mit dem Prädikat wirfst du auf jeden Fall ganz gerne mal um dich. Aber deswegen nur die Frage, also du hast diesen Punkt noch nicht erreicht, wo du dich selbst als Nörgler bezeichnen würdest. Nee. Natürlich nicht. Absolut nicht. Das war ein Wunder. Ich bin sogar weiter klar davon. Ich bin der Typ, der Kinder retten würde. Ach so, klar. Und das eine schließt das andere aus. In dem Fall ja. Ja, gut. Gucken wir mal. Ich bin eher so eine Frohnatur. Wie das? Sag mal. Frohnatur. Lachst du mich gerade aus, oder? Ja, Alter. Also Frohnatur. Okay, gut. So viel zur Selbstreflexion. Das ist schön. So wieder einsteig hier. Leute. Fest vorbei. Fest nicht vorbei. Reicht für heute. Komm nicht wieder mit dem alten Klumpel. Ganz ehrlich, also ich finde das nur spannend. Also halt, was die Selbstwahrnehmung angeht. Du bist also so eine Frohnatur. Du bist halt der glashalbvoll Typ. Ich bin definitiv der glashalbvoll Typ. Also das ist optimistische Grundeinstellung, was wir jetzt nicht abstreiten können. Ja, okay. Das ist schön. Nee, aber es ist schön, dass du die mir absprichst. Aber ich finde es sehr lustig. Dass du Optimist bist oder Pessimist, das habe ich in keinem Wort gesagt. Ich habe nur gesagt, du bist ein Nörgler. Ja, gucken wir mal, ob das heute noch zutrifft. Wir gucken mal. Ja. Ist ja auch nicht auf Filme bezogen, sondern auf allgemein. Du siehst schon, in manchen Sachen siehst du öfter mal so das Negativste, was man sehen kann. Hm. Das kann ich noch nicht mal vor mir weisen. Ja. Ja, aber ich habe das... Das ist ja nicht glashalbvoll, sondern das ist ja glashalbleer, ja. Nee, ich merke aber auch immer, weil der Witz ist, diese Ansprüche, die stelle ich ja auch an mich. Also es hat tatsächlich sehr, sehr viel mit meinen Ansprüchen zu tun. Ja. Dass ich halt schnell mal was scheiße finde, weil ich halt das gerne geiler hätte. Ja, ja, das stimmt. Ansprüche sind auf jeden Fall sehr hoch bei dir. Das würde ich auch nicht verleihen. Ja, das ist auch nicht immer leicht. Das Leben ist hart. Ey, das Ding ist doch, das ist ja so diese Phil Dunphy, Physosophy, wo er noch sagt, so sinngemäß, life could be really amazing if it just lower your expectations. Oder the most amazing things could happen to you in life if it just lower your expectations. Da ist halt echt was dran, Alter. Wenn man quasi gar nichts erwartet, so dann ist alles geil. Ja, einerseits schon, aber andererseits erreichst du doch so nichts. Ja, siehste, aber das ist halt... Man muss sich ja, gewisse Ziele muss man sich ja setzen, weil so ist es ja wie ein Sportler, der sich irgendwie, weißt du, wie so ein Schnellläufer, der sich freut, dass er eine Runde geschafft hat. Ja, klar. Das ist ja... Alles, was da drüber ist, ist eine Überraschung, sondern nee, du musst ja schon irgendwie ein Ziel haben. Ja, aber mit diesem Ehrgeiz geht dann eben auch der Anspruch einher. Ja, klar. Und dann sind wir ja an meinem Punkt. Klar, klar, auf jeden Fall. Ja, deswegen also mehr Phil Dunphy. Mehr Phil Dunphy im neuen Jahr. Im neuen Jahr? Genau. Gute Vorsätze fürs neue Jahr. Ja, genau. Naja, also wir sind ja jetzt wirklich unmittelbar vor unserem Fünfjährigen. Gratuliere auch dir. Herzlichen Glückwunsch, ja. Danke. Hättest du es gedacht? Fünf Jahre hier die Geschichte machen? Nee, also... Hast du dir irgendwie... Auch da war ich nicht pessimistisch eingestellt. Ich hab schon gedacht, das wird alles total geil, dass das so ausufert, als ich mit der Idee ankam. Dass das so scheiße wird, das hättest du nicht gedacht. Genau, deswegen hab ich's auch fünf Jahre durchgezogen. Nee, also konnte natürlich niemand ahnen, was das für Ausmaße annimmt, aber ist ja geil. Ja, wir sind ja schon aus dem Nichts gekommen. Ist ja nicht so, dass wir jetzt da irgendwie in der Medienbranche unterwegs sind und da tausend Kontakte haben und mit Millionen Podcasts connected sind und gesagt haben, das machen wir jetzt auch. Sondern das war ja schon so irgendwie aus dem Nichts und unsere Kumpels mal gefragt, so wie klingt das? Ja. Insofern ist das schon lustig, dass das wirklich... Also fünf Jahre ist schon... Überleg mal. Wir waren fünf Jahre jünger, als wir damit angefangen haben. Das ist schon... Krasser Scheiß. Das ist schon eine Ansage, Alter. Naja, und damals fanden wir uns schon alt. Damals fanden wir uns schon alt, ja. Das wird nicht besser. So hart. Ja, aber ist krass. Also vor allem, wenn du überlegst, eben am Anfang hat das so eine Handvoll Leute gehört, also halt auch die, die wir dann irgendwie konkret avisiert haben auf das Ding. Ja. Und jetzt sind es halt einfach ein paar tausend Leute, das ist schon abgefahren. Ja, das stimmt. Aber ist auch geil, dass die Leute von Anfang halt auch noch dabei sind, also dass uns so viele treu geblieben sind, weißt du, und immer noch an unserer Seite sind und uns immer regelmäßig hören und so. Das ist schon... Ja, stimmt. Ein geiles Gefühl. Ist auch niemand so mit Ansage abgesprungen, ne? Das haben wir bei anderen Podcasts immer wieder mal mitbekommen, dass dann Leute durch irgendwas so gefrustet sind, dass sie dann sagen, so, jetzt höre ich euch nicht mehr. Selten. Also gibt es bei uns bestimmt auch, aber die haben das nicht angekündigt. Ne, also zwei, drei gibt es schon dazwischen. Würde ich jetzt nicht fein nennen, dass es da gar keinen gibt, aber denen hat irgendwas nicht gefallen, aber ist ja auch fein. Ja, logisch. Aber es gibt halt auch genug, die uns seit jeher begleiten und supporten und so und dafür sind wir natürlich mega dankbar. Ja, super viele. Ist ja schon eine coole Community geworden. Total, eben. Und die ist ja krass gewachsen, das meine ich. Die, die ja währenddessen irgendwie aufgesprungen sind, die sind dann auch meistens echt dabei geblieben und zum Teil ja auch sehr aktiv hier mit eingebunden worden. Allen voran natürlich unser Azubi. Ja, total. Mittlerweile festes Bestandteil. Fester Bestandteil, so. Ja. Aber wir sind ja auch ein sehr, sehr nahbarer Podcast. Das heißt, wir sind ja schon dicke mit allen SupporterInnen. Also wir kennen die alle beim Namen und connecten mit denen, wissen, wie die Themen, wissen, was die für Filme mögen. Das muss man ja auch erstmal. Ja, total. Und das, dann hat es halt eben auch zur Folge, dass du dann gerne mal Witze für drei Leute machst, die uns hören. Immerhin. Ja. Auch die drei Leute müssen bedient werden. Ja. Aber, also gemessen an den Kommentaren, ich habe den zweiten gesehen und dritter kam noch nicht dazu. Nee, aber es muss auch nicht sein, dass der kommentiert. Also es kann auch sein, dass der das nur hört. Ist klar, Alter. Ja gut, wir werden ihn noch finden. Ich bin mir sicher, da erbarmt sich jetzt einer und sagt, ja okay, komm, also das, den muss ich ihm geben. So, zumindest drei Leute müssen diesen Witz gut gefunden haben. Ich bin da so ein bisschen auf Daves, auf Daves Quote so. Das muss gar keiner gut finden. Der muss halt sein in diesem Moment. Nee, okay. Das kann man einfach nicht, es gibt so bestimmte Wortspiele und Witze, die kann man nicht liegen lassen. Auch wenn ich weiß, das ist gerade nicht dein Furz und ich kotze dich jetzt an Humor bedient. Aber, eventuell finde ich es ja lustig. Vollkommen legitim. Ist legitim für mich. Ja, klar, cool, cool, cool. Ich habe mich ja auch schon über Dinge kaputt gelacht, wo ich ziemlich alleine mit war. Ja, ja. Insofern kenne ich. Das kenne ich. Und ja, für deinen Humor finden sich ja genauso Leute, wie es sich für meinen Humor findet. Und der ist nicht immer deckungsgleich, das wissen wir. Ob jetzt filmisch oder in live, das kennen wir. Stimmt. Aber den werde ich nicht ummodeln für dich. Aber ist krass, wir haben wirklich in allen anderen Genren deutlich mehr Überschneidung. Ja, ja. Beim Humor, da trennt sich's. Wenn man uns die Frage stellen würde, bei welchem Genre wir die meisten Diskrepanz haben, dann ist es definitiv Comedy. Also da muss ich nicht mehr überlegen. Ohne Frage. Aber es ist doch so geil, dass es halt im wahren Leben auch so zutrifft, dass wir nicht auf dem gleichen Humor stehen. Und dass wir über verschiedene Sachen lachen. Ja. Total, ja. Du findest auch wiederum lustig, wenn einer irgendwie, keine Ahnung, wenn irgendwo das Auto nicht anspringt oder einer auf die Schnauze fällt, was ich wieder nicht lustig finde. Aber gut. Slapstick halt. Slapstick halt. Okay. Äh, ja. Na gut. So. Supporter Special Volume 16. Volume 16. Und dann reicht's aber auch erstmal. Irgendwann ist das immer gut. Ja, haben wir eine Menge Lose auf jeden Fall aus dem Losdorf gefischt jetzt in den letzten Wochen. Ja. Also, das müsste euch ja gut gefallen haben, dieser Monat, wo einige SupporterInnen zum Einsatz gekommen sind. Mhm. Und dann leiten wir doch mal über in die aktuelle Episode, weil wir haben auch letzte Episode ein paar Lose gezogen. Ja. Und da kommen wir gleich zu einem Rekord, weil ich glaube, es war definitiv das schnellste Los, was wir jemals hatten. Schon wieder. Naja, weil wir dieses Los ja direkt vor der Episode reingeworfen haben. Ich glaube, das hat noch keiner geschafft. Mhm. Und dann, äh, wurde es am Ende der Episode rausgefischt. Also klar war Jan natürlich auch super schnell gewesen mit seinem Los aus diesem ersten Monat. Aber, äh, das war ja unmittelbar vor der Aufnahme. Das fand ich schon krass. Ja. Das ist auf jeden Fall Rekord. Ja. Und dazu kommt Adrian mit seinem Los aus Juni 2024, wie gesagt. Und das ist super interessant, weil der Name sagt mir erstmal nichts. Und ich bin ja auch nicht so, dass ich so die Debütfilme von großen Regisseuren verfolge. Aber ich hab den Film Begierde gezogen. The Hunger, wie er im Original heißt. Und das ist einfach mal der erste Langfilm von motherfucking Tony Scott. Mhm. Hat zwar mal einen Film vorher gedreht, der 60 Minuten ging. Und so ein paar TV-Serien und so. Aber das ist so der Film, der als erster Feature-Film von ihm gilt. Und auf jeden Fall der erste Film, der im Kino lief. Einer meiner Filme ist auch der Debütfilm des Regisseurs. Cool. Mhm. Bin gespannt. Ja, bei einem bin ich ja sehr neidisch. Weil, dass du den ausgerechnet jetzt gezogen hast, wo wir wirklich ein bisschen knapp bemessen sind von der Zeit. Und wo so kurz vor Hosen knoppt, bevor wir hier eine große Aktion zum Gebotsdatum noch planen, noch aufnehmen müssen. Ach, hast du nicht geschafft? Nee, der hätte natürlich, äh, also das ist ja kein Heimdienst. Du hast ja Snatch gezogen. Und Snatch hätte ich natürlich gerne gerewatcht. Und, äh, dass der jetzt ausgerechnet jetzt fällt, wo ich nicht viel Luft habe. Die letzte Version hätte halt geklappt. Das, äh, das, äh, ist halt schade. Ja, und deinen jetzt, den hätte ich tatsächlich auch gerne mitgeguckt. Aber das war auch nicht mehr drin. Hast du den auf den Schirm gehabt? Also wusstest du, dass es den gibt? Ich wusste, dass es den gibt, ja. Das schon, ja. Ja. Ich nicht. Okay. Wirklich. Weil Tony Motherfucking Scott ist ja, wissen wir, ist bekannt. Ist halt zweiter Name, ist scheinbar fix jetzt. Ja, ist, äh, Top Gun, hallo, Man Under Fire, True Romance und so. Und, äh. Hattest du auf dem Schirm, dass Man Under Fire ein Remake ist? Ich bin neulich mal aufs Original gestoßen. Was? Nee. Habe ich nicht auf dem Schirm. Asiatisches, oder? Ähm. Fuck. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ja, ich glaube. Nee. Nee, nee, nee. Warte mal. Ah. Da bilde ich mir jetzt gerade was ein, dass es eventuell ein asiatisches Original davon gibt, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, weil das bei den Parten und so der Fall ist. Ich müsste es nachgucken, aber, ähm, da bin ich neulich drauf gestoßen und da war ich auch überrascht. Okay. Aber ja, klar, also Tony Scott hat natürlich große Filme gemacht. Das Original heißt The Bodyguard. Mhm. Das ist Kevin Costner. Der hieß auch nicht Man Under Fire, der hieß. Dakota Fanning wird gespielt von Whitney Houston. Mal, wie hieß denn der? Der hieß doch nicht Man Under Fire, der hieß. Is The Man On Fire? On Fire? Ja. Genau. Siehste, und da gibt es einen von, ich glaube, das ist der von 87 mit Scott Glenn. Okay. Also nee, ist ein amerikanischer Film. Knapp zehn Jahre später wieder ein Remake. Okay. Ein amerikanischer. Nee, das wusste ich nicht, dass es da ein Original gibt. Zurück zu Begierde. Ja. Drehbuchautoren, drei Credits. Einmal James Cossigan, eventuell kennt man Mr. North. Also ein Film, wo er das Drehbuch geschrieben hat. Der zweite, Michael Thomas, hat wiederum auch ein, zwei Filme gemacht, die man kennen könnte. Der Tag des Falkens ist sicher der größte Film. Der Fantasy-Film mit Michelle Pfeiffer. Und Scandal hat er gemacht. Auch ein Film, den ich irgendwann mal gesehen habe in den 90ern. Der ist, glaube ich, auch aus den 80ern. Der dritte Credit geht an Whitley Strieber. Und das ist der Autor der Vorlage, der auch selbst Drehbücher geschrieben hat. Von dem ist zum Beispiel auch die Vorlage von Wulfen, von diesem Werwolf-Film aus den 80ern. Auch ein Film aus meiner Kindheit, definitiv. Und da hat er das Originalbuch geschrieben zu. So, kommen wir zur Handlung und zur Story. Grüße an Adrian. Es geht hier um Miriam und John Blaylock. Die sind seit langem ein Paar. Und wenn ich sage seit langem, dann meine ich seit dreieinhalb Jahren. Was? Ja. Weil es gibt halt so kurze Flashbacks ins alte Ägypten oder ins viktorianische England. Und da sehen wir schon, dass es die damals schon gab. Die beiden werden gespielt von... Da müssen so ein paar Jahre mehr als 300 sein, oder? Sie ist älter. So viel kann ich auch nochmal verraten. Er ist ungefähr dreieinhalb Jahre alt. Sie gibt es noch länger. Was das alte Ägypten angeht. Und die Flashbacks in ihre Jugend. Sie wird gespielt von Catherine Duneuf. Von der Großen in jungen Jahren. Und er wird gespielt von David Bowie. Der auch filmisch sehr aktiv war zu der damaligen Zeit. Weil er hat ganze vier Filme in diesem Jahr 1983 released. Krass. Und war super aktiv. Haben wir ja Dune auch später gesehen und so. Labyrinth. Labyrinth, genau. Und in dem Jahr war zum Beispiel auch hier Welcome Star Lawrence zum Beispiel, den ich auch kenne. Also hat schon einiges gemacht, der Bowie. Neben seinen Hits in den 80s. So wie Let's Dance und China Girl und so. Die beiden sind sowas wie Vampire. Das stellen wir fest, dass da was nicht stimmt, wenn sie irgendwie 700, 800 Jahre alt ist und er 300 Jahre. Aber ohne die Klischees. Sie zucken bei Knoblauch halt nicht zusammen. Die laufen durch Sonnenlicht ganz normal. Die sehen sich sogar im Spiegel. Das heißt, das läuft alles ganz normal wie bei normalen Menschen. Was bleibt, ist aber die Blutdurst. Und die stillen sie, indem sie mit so einem Kreuzanhänger, den sie um den Hals tragen, in die Haut ihres Opfers halt so eindringen. Und dann lösen die halt so eine Wunde aus und lutschen diesen Menschen halt dieses Blut aus. Und durch diesen Blutaustausch sorgen die dafür, dass die demjenigen oder derjenigen auch in dem Moment ewiges Leben schenken. Wenn bestimmte Voraussetzungen stimmen, die ich hier nicht verraten will. Das heißt, die haben auch nicht klassisch die Vampirzähne? Nee, die haben keine Vampirzähne. Schon alles ganz interessant, weil das Wort Vampir fällt auch an keiner Stelle. Ah ja, okay. Sondern du siehst halt einfach nur, dass die so Blut mögen und dass die halt an Wunden saugen und dass die halt offensichtlich nicht sterben können. Mhm. Ja. Das ist die eine Storyline. Und dann gibt es eine andere Dame in diesem Hauptdarsteller-Trio. Dr. Sarah Roberts. Die gespielt von Susan Sarandon. Die dritte Hochkaräterin hier. Und die forscht so an Tieren bezüglich Verlängerung des Lebens. Und was man da machen kann und wie man so den Altersdurchschnitt hochtreiben kann. Und hat auch etwas entwickelt, was sie an kleinen Schimpansen testet. Und da merkst du schon, dass sie auch durch das Mittel, was sie entwickelt hat, halt viel schneller altern und so. Und da wird auch ein bisschen rumexperimentiert, was diese Geschichte angeht. Und die wird eines Tages, also hier, Blaylock, John Blaylock sieht sich halt im Fernsehen und sucht sich halt auf in ihrem Krankenhaus, wo sie halt arbeitet. Um ihn von seiner Art zu altern, halt zu erzählen. Und sie denkt aber, er ist ein Weirdo. Warum hat der da ein Interesse dran? Ja, weil er so ein bisschen des Lebens überdrüssig ist. Ach so. Und so ein bisschen seine Geschichte preisgeben will. Und sieht, dass sie sich dafür interessiert und er halt ihren Horizont erweitern will. Okay, aber ist nicht so, als hätte er ein Interesse an dem Mittel, an dem sie arbeitet, um selber zu altern? Nee, das hat null damit zu tun. Das Ding ist, dass er auch sehr schnell altert, wenn er halt kein Blut zu sich nimmt. Ach so. Und zwar wirklich super schnell. Und das ist Zeitraff. Wird dann aber rückgängig gemacht in dem Moment, wo er Blut trinkt, oder? Das wird normalerweise dann rückgängig gemacht. In dem Moment, wenn er Blut trinkt, dann verjüngt er sich wieder. Kathrine Nerv zum Beispiel, wenn Susan Sarandon später, also ich erzähl mal kurz weiter. Sie denkt natürlich, er ist ein Verrückter, ein Weirdo und sagt zu der Security, setz den mal ins Wartezimmer, lass den da sitzen. Der wird schon irgendwann von alleine gehen. Und sie sagt zu ihm so, ja, ich hab jetzt noch einen Termin, aber dann in 30 Minuten oder 45 Minuten hol ich sie dann ins Wartezimmer. Und dann können wir gerne sprechen und so. Und versucht ihn aber dadurch abzuwimmeln. Und er denkt, okay, in 45 Minuten hol ich ihn rein. Und er sitzt in diesem Wartezimmer und altert halt in diesen drei, vier Stunden sichtlich. Oh. Und zwar wirklich bis zum Kreis. Er wird halt ein Rentner in dieser kurzen Zeit von mehreren Stunden, wo er da sitzt. Okay. Und dann beim Rausgehen sagt er, ja, ich hab ja schön umsonst auf sie gewartet und sie sieht halt so Mr. Blaylock und so und sieht halt, dass der komplett gealtert ist und plötzlich hat sie natürlich Interesse an seiner Erzählung. Er hat aber keinen Bock mehr und lässt sie dann stehen. Und sie sucht ihn dann auf, steht vor der Tür, wundert sich erstmal, dass da eine sehr, sehr junge, hübsche Frau aufmacht, nämlich Katrin Denöf, die ja mit ihm zusammenlebt. Und sie ist Gerontologin, heißt es, glaube ich. Und hat jetzt natürlich Bock, rauszufinden, was da los ist und warum er vor ihren Augen quasi so alt geworden ist, optisch. Und seine Frau noch immer so jung und schön ist. Und das Ganze hat natürlich einen Grund, warum er plötzlich altert und seine Frau jung bleibt und so. Und das will ich hier natürlich nicht alles erzählen und aufdröseln. Aber das ist grundsätzlich die Story von Begehrde der Hange. Das heißt, es ist ein Vampirfilm ohne Vampire. Ach, bei ihr ist das nicht so mit dem Alterungsprozess? Nee. Okay. Das hat nämlich einen bestimmten Grund. Das ist diese Voraussetzung, die ich gesagt habe, die ich eigentlich nicht verraten will, die erfüllt werden muss, warum sie nämlich noch jung bleibt und er aber sehr, sehr schnell altert. Okay. Aber ja, das ist... Wenn das schon innerhalb von ein paar Stunden passiert, dann muss der ja mehr oder weniger permanent Blut trinken. Normalerweise schon, ja. Aber wie gesagt, es kommt noch ein Aspekt dazu, den ich hier nicht gesagt habe. Und deswegen altert er auch so schnell. Zur Optik des Films. Der Film hat so eine Musikvideoästhetik, wo man auch sieht, dass Tony Scott ja auch mit Werbeclips und so angefangen hat und dass er so ein Werberegisseur war. Alles ist super unterkühlt, selbst so innerhalb von Räumen tragen so Menschen Sonnenbrille. Du hast so wehende Vorhänge, weißt du, haben offene Fenstern und so weiter, so diese Optik. Alle Menschen sind super gestylt. Das ist so ein bisschen Brad Easton Ellis, so seine Filme, seine Vorlagen. Kannst du Malcolm's Psycho runterpacken oder Less Than Zero und so. Ich finde, Blade Runner hat so eine ähnliche Optik, weißt du, da ist ja auch alles sehr unterkühlt und keine warmen Bilder. Du hast anfangs sogar die Band Bauhaus in so einem Gothic-Club, die halt da total abgehen. Und das ist so ein bisschen so die Richtung. Das ist auch so ein Kultfilm unter Ghost damals gewesen. Also in der Richtung kann man den Style runterpacken und das mochte ich auch sehr gerne. Und das ist ein super Debüt auf jeden Fall. Also es zeigt, dass Tony Scott nicht nur der krasse Action-Regisseur ist, denn er bedient hier auf jeden Fall ein anderes Genre. Und das ist hier zum Teil Arthouse. Im Finale wird dann die Gorschraube komplett angezogen. Also da hätte Fulci sogar seinen Spaß. Da muss ich selber, da war ich selber ein bisschen überrascht, was hier jetzt abgeht. Okay, wie geil. Dann wird es auch sehr sexy an einer Stelle, in einer sehr berühmten Sequenz zwischen Susan und Catherine. Das spielt ja auch noch mit rein. Das heißt, es ist ein bisschen erotig, es ist ein bisschen Horror. Ja, es ist ein bisschen Thriller. Also es ist alles so ein bisschen mit drin unter dieser unterkühlten 80er-Jahre-Optik mit diesem Goth-Sound unterlegt. Wie ist das mit dem Pacing? Ja, ruhig. Also hier ist es jetzt nicht so, dass hier Gore gibt alle zehn Minuten, sondern das ist mehr so dieser Aufbau und was geht hier eigentlich ab zwischen diesen Figuren. Das ist schon fast, ja, das ist schon fast so eine Menage Trois, die sich hier entwickelt. Also David Bowies Rolle als John Blaylock spielt auch irgendwann keine Rolle. Das heißt, der Film konzentriert sich dann irgendwann auch nur auf diese zwei Frauen. Ah, okay. Insofern wird das fast schon eine Liebesgeschichte. Aber halt so mit dem Überbau, dass eine von denen unsterblich ist. Okay. Klingt sehr interessant. Ist interessant. Ist echt ein gutes Debüt. Gab es sogar eine TV-Serie Ende der 90er, die Emmy nominiert war. Also, die direkt an den Film angeschlossen hat, die hieß auch Der Hunger. Ach, als Sequel? Ja. Okay, geil. Also was heißt Sequel? Das war auch eine Geschichte, die sich um diese Vampire dreht und so. Da hat sogar David Bowie als Erzähler fungiert in ein paar Folgen. Mhm. Aber, ja, Der Hunger wurde auch nochmal in Serienform aufgegriffen. Hat auch Tony Scott produziert, wenn ich mich nicht enttäusche. Okay. Irgendwas, was dir nicht gefallen hat? Naja. Also die Optik ist ein bisschen überholt. Das muss man halt mögen. Das ist halt sehr 80s, der Film. Du siehst ja nicht mehr so diese, weißt du, diese hochtopierten Typen mit diesen Sisters of Mercy-Klamotten und so. Die laufen ja kaum noch aus der Straße rum. So diese Goss und so, die sind ja fast schon komplett ausgestorben. Oder Familienväter und Familienmütter und was weiß ich was. Aber insofern, wenn jetzt jemand mit 15 diesen Film sieht, fragt er sich so, was sind das für Leute? Warum laufen die so komisch rum? Und was sind das für Klamotten? Was ist das für Musik? Aber ansonsten, mir hat das gefallen. Also ich komme halt gut klar. Was die Besetzung angeht, haben wir noch Dan Hedaya in einer Nebenrolle. Den hatte ich ja neulich bei einem Concierge zu verlieben. Hier ist er schon wieder als ermittelnder Polizist, weil ihm natürlich auch verdächtig vorkommt. Dass plötzlich so ein paar Leute in der Umgebung der Blaylock immer wegkommen. Ist auch super interessant, weil sie nämlich so im Laufe der Jahre ihre Opfer oder auch die Opfer von John Blaylock im Keller lagert. So Kisten, da sind halt so Souvenirs aus dem alten Ägypten und so. Und auch in ihrer Wohnung stehen so Sachen rum, die sie irgendwann in der Geschichte ihres Lebens aufgesammelt hat. Und die menschlichen Überreste ihrer vergangenen Touren, die hat sie auch noch bei sich in unmittelbarer Nähe. Warum? Die hat so ihren eigenen Friedhof praktisch im Keller des Wohnhauses. Ah, okay. Schon aus der Abgefangen. Ja. Ja, Dan Hedaya ist dabei und in kleinen Rollen, es gibt eine kleine Rolle, wo zwei Striche an der Telefonzelle Susan Sarandon angraben und sagen so, komm doch mit und so hin und her. Und wie wär's denn mit uns? Die beiden werden ein Gespiel von John Pankow und Willem Dafoe. Wirklich nur in zehn Sekunden zu sehen. Okay. Und die waren ja beide bei Leben und Sterben in L.A. ein paar Jahre später. Oh. Also haben ja beide große Rollen in diesem Film übernommen. Insofern ist es schon lustig, dass die beide hier so ein Stricher-Team spielen. Und das ist der Hangar, Begeide. Also danke, Adrian. War echt ein interessantes Debüt und war schön, immer gesehen zu haben. Ich hätte es wahrscheinlich nicht von alleine gemacht. Hatte den nicht auf dem Schirm und hat mir gefallen. Hat sechs Millionen eingespielt. Ich glaube, das war aber nur USA und Kanada. Alles andere konnte ich nicht finden. Ich weiß auch nicht, wie hoch das Budget war. Aber war jetzt nicht der überteure Film. Aber ist natürlich ein sehr... sehr schniekes Trio hier als Hauptdarstellerriege mit David Bowie, mit der großen Katrin Deneuve und mit Susan Sarandon in Young. Also das ist schon nice. Und die zeigen hier auch ziemlich einen Körpereinsatz. Hat Susan Sarandon auch in späteren Interviews immer wieder darüber erzählt, wie das war mit Katrin Deneuve und wie die Sexszenen da abliefen und dass sie heute noch darauf angesprochen wird, wie das damals war. Ist ja schon auch ein krasses Line-Up für so ein Debüt. Ja, ist es definitiv. Aber wie gesagt, war er ja auch Werberegisseur und so. Also er hat ja schon Namen, bevor er Filme gedreht hat und man kannte ihn. Gut. Der Film ist immer noch ab 18 freigegeben. Geht 97 Minuten. Und... Okay, das geht ja. Mehr habe ich nicht. Außer Punkte. Mhm. IMDb 6,6. Hat einen Metascore von 52. Und Letterboxd ist bei einer 3,6. Hm. Ja, ich... Bin... Gar nicht sicher. Bin so... Machen Sie schnell, wir haben jetzt eine Aufnahme. Ah, ich schwank. Ich sag 7,5. Das ist recht. Ja. Das wusste ich doch. Ich muss bei dir immer einfach nochmal so eine Spur pessimistischer denken. Da sind wir wieder. Der glashalbvoll Typ. Ich hätte instinktiv vielleicht bei 8 gewesen und dachte, ja so, nee, Moment mal. Das ist ja gäst. Das würde heißen, dass ich euphorisch erklinge, als ich bin. Was sich wieder widerspricht mit deinen anderen Theorien. Dass ich hier auf halbe Power hier meine Rezensionen vorleihe. Ja, du, ich bin ein laufender Widerspruch. Definitiv, ja. Ich weiß auch nicht. Kann sich nicht entscheiden. Ja, so ist es. Soviel zum schnellsten Los aus Mexiko. The Hunger Begide für Adrian. Sehr cool. Und jetzt zu deinem Los. Genau. Fangen wir doch mal mit Olli an. Der hat uns irgendwann, steht leider nicht drauf, wann das passiert ist, aber er hat uns irgendwann einen Film reingeschmissen, der The Quiet Family heißt. Ich habe ja die Tabelle aufgerufen, da kann ich ja gleich mal gucken, wann das los ist. Das ist ein koreanischer Film und das Debüt von Kim Ji Won. Das ist der Herr, der I Saw The Devil gemacht hat. Oh, okay. Hattest du nicht schon mal einen Film von ihm? Bin mir nicht sicher. A Tale of Two Sisters, haben wir den gebracht? Nee, aber der war auch von ihm. Den hat Alexander mal mitgebracht, ja. Stimmt. Aber mir war so, als hättest du schon mal irgendeinen Film gemacht. Oder ich rede, nee, jetzt weiß ich über welchen Film ich rede. Ich dachte an diesen Dog by Dog, aber das war. Nee, das war ja von dem, der Limbo gemacht hat. Das war von dem Regisseur von Limbo, okay. Siehste, da habe ich die Assoziation her. Ja, okay. The Quiet Family ist aus Juni 2022. Okay. Also knapp zwei Jahre her. Cool. Ja dann, liebe Grüße an Olli. Grüße auch von mir. Den habe ich mir gestern angeguckt. Er ist aus dem Jahr 1998 und heißt auf Deutsch Die verschwiegene Familie. Und es ist eine Comedy. Ach so. Ja, also Crime und Horror steht auch noch mit im Genre. Aber das Ganze ist von der Tonalität definitiv auf lustig gemacht. Und ist wie gesagt das Debüt von ihm. Er hat das auch geschrieben, alleine. Und ich konnte leider nicht rausfinden, wie teuer der war. Aber allzu viel kann das nicht gewesen sein. So, wir sind in Korea in so einem abgelegenen Wandergebiet. Da hat die titelgebende Familie nämlich so eine Hütte gekauft. Hütte klingt jetzt sehr klein. Das ist so eine Lodge, nennen die das. Halt ein größeres Haus mit mehreren Zimmern, was früher eben auch mal so eine Art Hotel war, wo Leute, die da lang wandern, einkehren konnten und die Nacht verbringen konnten, um dann weiter zu wandern. Und dieses Ding hat der Vater der Familie gekauft. Das hören wir auch zu Beginn aus dem Off. Erzählt eine der Töchter, wie das dazu gekommen ist, dass sie dort gelandet sind. Und sagt eben, dass der Vater dieses Ding gekauft hat, ohne wirklich selber zu wissen, wie man so einen Laden führt, hatte da keine Vorkenntnisse oder irgendwann. Aber sie sagt, am Anfang war die ganze Familie sehr engagiert und hat dann diese Putze auf Vordermann gebracht und da geputzt. In der Hoffnung, dass auch bald da die ersten Gäste eintrudeln. Das lässt dann aber auf sich warten. Dann wandern da auch immer wieder, man entsteht halt die Familie so vor diesem Ding und dann wandern auch immer wieder mal Leute vorbei und die sind voller Hoffnung, dass die jetzt bei denen einkehren und die ziehen dann aber einfach weiter. Also es erstmal sieht so aus, als hätte niemand Bock, da unterzukommen. Bis dann eines Tages ein so ein Typ vorbeikommt, der sehr introvertiert wirkt und auch nicht viel mit denen redet und alle hängen so an ihm dran, weil das jetzt der erste Gast ist und dann gucken sie ihm auch über die Schulter, wie er jetzt sich da in diesem Buch einträgt und seine Daten hinterlässt und dann geben sie ihm den Schlüssel und dann geht er auf sein Zimmer und alle sind erstmal happy, so juhu, unser erster Gast ist da. So haben wir unseren ersten Hörer hier gefeiert. Ja, ungefähr so, weil es immer ein bisschen anders ausgegangen ist, weil der Typ, wir sehen dann, wie der so, der hat so einen Schleifstein dabei und dann haben die die Schlüssel von den Zimmern, die die ausgeben, sind an so langen Plastik-Tags dran und dann nimmt er dieses Plastik-Ding an diesem Schleifstein und spitzt es an und dann macht er wie so eine so eine Art Messer draus halt oder so ein Schenk-Ding, spitzt das halt tierisch an. Und irgendwann am nächsten Tag kommt der Vater und dann auch die Mutter, kommen da alle an und klopfen mal jemand an der Tür und er macht nicht auf und die sagen, hey, es ist jetzt Checkout-Zeit, du musst aus dem Zimmer raus und der meldet sich aber nicht. Und dann holen die einen zweiten Schlüssel, machen da auf, gehen ins dunkle Zimmer und dann ist der Sohn, der stolpert dann erstmal über was am Boden. Der Vater macht währenddessen die Vorhänge auf und dann sehen wir, dass der Sohn irgendwie voller Blut ist. Und dann machen die die Decke auf dem Bett hoch und dann ist da der Typ, der sich in das Zimmer gemietet hat, mit diesem Schlüssel in der Brust stecken und die Hand noch dran. Also der hat sich ganz offensichtlich selber mit diesem Schlüssel erstochen. Das ist zum Glück nicht mit unserem ersten Hörer passiert. Nee, eben. Ja, das ist natürlich erstmal große Panik und logischerweise sagen dann einige der Familienmitglieder, hey, wir müssen die Polizei rufen, das ist ja ganz offensichtlich Selbstmord. Und dann sagt der Vater aber zu Recht, ey, der hat sich hier, der hat hier unseren Schlüssel in der Brust stecken, sonst ist niemand da, das sieht beim besten Willen nicht nach Selbstmord aus, zumal erschwerend hinzukommt, dass seine Brieftasche weg ist. So, das heißt, wenn da ein Polizist dazukommen würde, würde das halt nach so einem Raupenmord aussehen und dann sagt der Vater, naja, das können wir jetzt nicht bringen, hier die Polizei zu rufen, weil das macht die Runde, das kommt in die Zeitung und das wollen wir einfach nicht, weil dann kommt hier nie wieder jemand her. Das hat jetzt gerade angefangen und das können wir fürs Image echt nicht brauchen, dass die Leute jetzt denken, hier ist auf so eine komische Art und Weise jemand gestorben. Also beschließen sie, die Leiche zu beseitigen und vergraben die da im nahegelegenen Wald. Also das Ding ist ja eh in so einem Wandergebiet im Wald, das heißt, die gehen einfach ein paar Meter weiter und verbuddeln in der Zwischenzabot und denken dann erstmal, ist alles cool, weil dann kommen natürlich weitere Gäste und dann kommt vor allem auch irgendwie so eine Oma vorbeigewandert, die sieht sehr aufgebracht aus und irgendwie ist sie auch so ein bisschen in ihrer eigenen Welt unterwegs und die scheint dann irgendetwas anzuschreien, was sich wohl oben auf dem Haus befindet und flucht dann da rum und spuckt und macht und so. Ja, ja, so genau, aber original in dem Style. Und die Familie beobachtet die, wie die halt schimpfend auf das Haus losläuft und dann irgendwas anschreit, was wohl oben auf dem Haus sitzt und dann wieder weggeht und beim Weggehen den noch sagt, so hey, hier werden schlimme Dinge passieren und so, ihr müsst aufpassen. Na und dann kommen mehr Gäste und es bleibt nicht bei dieser einen Leiche. Da kommen dann immer wieder auf unterschiedlichste Art und Weisen Leute um. Und weil sie ja jetzt schon drinstecken und das führt dann eins zum anderen und natürlich müssen dann diese Leichen immer wieder entsorgt werden. Und mitunter muss dann eben auch dafür gesorgt werden, dass andere Leute, die gesehen haben, dass es da Leichen gibt, das nicht weitererzählen. Okay. Ja, und so versuchen die halt sukzessive diese Situation zu bereinigen. Klingt so ein bisschen wie der dänische Filmhumor, wenn du sagst, das ist eher eine Comedy oder so, wenn das so schwarz ist und viele Leichen da involviert sind. Ja, nur jetzt leider wie oft bei Filmen aus der Region dadurch schon auch mit so ein bisschen Klamauk versehen. Also es ist dann halt immer, alle sind dann am rumschreien und es wird dann immer oder öfter mal halt sehr, sehr laut und sehr hektisch. Wobei, das hast du ja in französischen Komödien auch und so. Nur hier wird dann halt entsprechend rumgeschrien. Das ist okay. Das Ding ist nur, die Nummer mit den Leichen und dass sie dann halt wieder weggeschafft werden müssen und dass das dann aber noch zum Problem wird, weil es gibt den Plan von der Regierung, diesen Weg, diesen Weg, der da hochführt, zu pflastern und richtig auszubauen und dann kommen natürlich Bagger an und graben da die Umgebung um. Und dann müssen natürlich diese Leichen, die da überall verbuddelt wurden, versetzt werden. Die müssen jetzt mal weg. Okay. Ja, und dadurch ist das schon ziemlich redundant. Also man weiß halt spätestens nach der ersten Leiche, wo das hinführt und dadurch finde ich das humormäßig auch überschaubar lustig. Das, ja, es wiederholt sich halt und ich finde nicht, dass das irgendwie dadurch lustiger wird. Zumal aus heutiger Sicht sind dann halt auch, da sind halt Situationen dabei, wo ich jetzt nicht wüsste, ob das damals mal lustig war, aber das ist dann halt die eine Tochter, geht dann da mit dem einen Gast irgendwie im Wald spazieren und er findet die irgendwie heiß und fragt dann noch so, sollen wir uns nicht küssen und sie noch so, nee, lass mal, danke. Und dann will er das aber einfordern und das endet dann in so einer versuchten Vergewaltigung. Und dann kommt irgendwann der Bruder dazu. Aber so die Situation sollte, glaube ich, auch schon lustig sein, wie er halt verzweifelt versucht, an ihr rumzuschrauben und sie sich wehrt. Und das sind halt... Da lachen die Asiaten schon, sagst du, ja. Das will ich so pauschal überhaupt nicht sagen, aber ich glaube, es sollte lustig sein in dem Moment, ja. Ja, das Coole ist, hier sind zumindest mal zwei Schauspieler beteiligt, die ich recht gut kenne, weil der Sohn, Yongmin, der wird von Song Kang-ho gespielt. Das ist die Hauptrolle in Parasite oder The Host oder in... By Mother wahrscheinlich, der... Ja, ich weiß, wer du meinst. Sämtlichen, wie hieß der Regisseur, Bong... Bong Joon-ho. Bong Joon-ho-Film. Da ist er ja ganz gerne mal die Hauptrolle. Und hier ist er halt noch eine Ecke jünger, weil 98, also geht er als Sohn durch. Und dann hat diese Familie einen Onkel, das ist so ein bisschen ein Typ von einer verbimmelten Variante, der schläft ganz gerne und isst ganz gerne und ansonsten ist er halt auch zu wenig zu gebrauchen. Der wird von Joy-min-Sick gespielt, den kennen wir als Hauptrolle in Oldboy. Und der war dann bei I Saw The Devil auch dabei. Insofern passt das zu dem Herrn, der Regie geführt hat. Na, und dann habe ich gelesen, steht in Theory Effects, dass Takashi Miike, kennen wir von Ichi The Killer, der Regisseur, der hat den wohl nochmal gemacht und zwar nur drei Jahre später. Also es gibt einen Film von 2001, der wohl lose als Remake gehandelt wird. The Happiness of the Katakuris heißt der. Abgefahren. Ja, und ich fand's am Anfang noch ganz cool und dann hat sich das eben schon ziemlich wiederholt alles und ich finde nicht, dass das der Sache gut getan hat, dann war das irgendwann ein bisschen mühsam, aber geht eine Stunde 41, also man kommt da schon durch. Aber ein großes Highlight war es jetzt nicht für mich. Kann aber verstehen, dass der mit dem Film als Debüt, also dass da was draus geworden ist, weil du hast halt schon auch ein bisschen Blut natürlich. Aber du hast halt eben, also Bisschen Blut gehört dazu, bei einem guten Debüt. Ja, ich finde Stellen wir heute fest. Oh Gott ey, das ist auch ein schwieriges Statement. Ja. Du dürft mich zitieren. Ja, man hat dann leider auch oft dieses Ding, dass die halt jemandem eine Schaufleger im Kopf ziehen und dann anfangen, den zu verbuddeln und dann ist er aber noch nicht tot. Und auch solche Momente wiederholen sich und dann ist es für mich nichts, was irgendwie dazugewinnt, wenn es öfter gemacht wird. Okay. Oder? Also ich glaube, es geht dir ja auch so. Ja, ja. Also wenn irgendwas witzig ist, logisch. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Top Secret, wo es ja diesen Charakter der Latrine gibt, die er immer irgendwie kurz vorm Tod immer auftaucht und dann so schwer verletzt sich noch ins Bild schleppt, das ist natürlich ein Running Egg, der super funktioniert, weil das jedes Mal lustig ist, wenn er auftaucht. Aber wenn du irgendwas in der Comedy dann wiederholst und es wirkt halt redundant, aber nicht lustig, dann ist es natürlich kontraproduktiv. Naja, du siehst es dann halt irgendwann kommen und deswegen ist die damit verbundene Überraschung, die es glaube ich haben soll, halt nicht da. Aber es kann ja trotzdem lustig inszeniert sein. Das heißt, eine Comedy muss ja jetzt nicht unvorhersehbar sein. Das ist ja jetzt ein Genre. Bei einem Thriller wäre das ein Genickbruch oder so. Oder bei so einem Film, der so Twists und Turns hat, aber bei einer Comedy ist es ja so, vielleicht ist es ja trotzdem lustig inszeniert, auch wenn du es kommen siehst. Du siehst ja bei manchen deiner Furz-Komödie siehst du wahrscheinlich auch, was jetzt passiert und du siehst genau kommen, okay, alles klar, das wird der Fall sein. Aber es ist trotzdem eventuell witzig. Aber ja, scheint hier nicht der Fall zu sein, immer. Nö, also ich glaube schon auch den Onkel fand ich noch am lustigsten. Ist offensichtlich nicht so fies wie in anderen Rollen. Hier einfach nur nichts tue. Ja, ja, eher auch so ein bisschen der Tollpatschige und halt nichts nutzt, ne? Ja, weil bei I saw the devil war ja auch richtig fies. Ja, stimmt. So gesehen mal ganz anderes Rollenprofil. Ja, eben. Der Antagonist war ja auch bei Lucy, war das glaube ich. Und ist ja eher so auf der bösen Seite. Naja, stimmt. Okay, cool. Ja, muss man nicht gesehen haben, sagst du. Nee. Ja, jetzt Punkte. Hau raus. 7,0 sind es auf IMDb. Es gibt keinen Metascore. Auf Letterboxd 3,6. Ich tippe auf eine 6 und hoffe, dass es dafür noch gerecht hat. Ja, genau das ist es. 6 Punkte. Sees o'clock. Okay. Guck mal hier, steigen wir mit 2-0-Runden ein. Läuft. Phänomenal. Boring. Phänomenal. Große Begeisterung von Guess. Naja, hallo. Ein gebeuteltes Kind redet hier von dir. Also, ich kenne das. Kopf-an-Kopf-Rennen, leichte Führung für mich. Letzter Film. Bada-boom, bada-bang. Minus 7. Minus 7 gleich. Ja. Ja, okay. Insofern, nicht den Tag von der Abend loben, wie es in unserem Redewendungsbuch steht. Ja, so ähnlich. Das werde ich nicht machen. Kommen wir zu einem Rewatch. Was lange her ist. Ich war schon damals viel zu alt, als mich meine Mutter und meinen kleinen Bruder und sein Kumpel irgendwie mit ins Kino geschleibt hat und ich dabei war. Für diesen Film. Ja, so alt bin ich. Und den hat Zero Famous uns als Auftragsfilm aufgegeben. Und das ist The Care Bears Movie, beziehungsweise der Glücksbärchi-Film aus dem Jahr 1985. Einige werden sich wundern, warum dieser Film auf dem Vorschaubild ist. Aber unsere Supporter können sich leisten, da alles reinzuschmeißen, was immer sie möchten. Und irgendwo hat mir die Glücksbärchis erwähnt und das hat Zero Famous dann Volley genommen. Hat gesagt, dann guckt den nochmal. Ja, aber wie findet ihr das denn selbst? Das weiß ich nicht. Aber auch hier wieder, es ist ja jedem Supporter oder jeder Supporterin, das ist ja selbst überlassen. Was da der Ansatz ist, ob die es lustig finden, dass wir darüber reden oder ob die hören wollen, wie wir den finden. Das ist ja jedem selbst überlassen. Ob sie uns einfach nur quälen wollen. Wie Atom Bomb, ja, die gibt es auch noch. Unsere S&M-Crew. Ja. Und jetzt kommen wir zum Glücksbärchi-Film aus dem Jahr 1985. Ja. Und das ist ein relativ frühes Beispiel einer Verfilmung von einem Spielzeug. Weil es gab die Glücksbärchis im Spielzeugladen. Als Stofftiere, als irgendwelche Spielfiguren und so. Das war schon eine Marke für sich. Und damals war es auch nicht so gang und gäbe, so wie Transformers und Co., dass man aus Spielzeugen dann einfach irgendwelche Filme macht und dann das Ganze total aufbläst. Sondern das war ein relativ frühes Beispiel desgleichen. Ja. Und ich finde, dadurch, dass im Intro dann steht, Introducing the Care Bear Cousins, da hat es für mich gleich so einen Anstrich von, ach, okay, jetzt wollen sie das neue Spielzeug und das Volk bringen, oder wie? Hat schon so ein bisschen was von, äh, von, wie heißen, Paw Patrol gehabt, meinst du ja. Naja. Wir gucken mal, aber wir müssen erst mal raten. Dürfen wir nicht vergessen, weil das ist ja ein gemeinsamer Film. Ja. Der fängt an. Also, du hast den wirklich schon gesehen, ja? Damals. Ich habe ihn damals gesehen, ja. Aber ich konnte mich wenig an die Story erinnern, drücken wir es mal so aus. Mhm. Ja, im Kino sogar. Wow. Das ist so ein bisschen so die Ära, wenn du mal sagst, du warst da zu cool, um dir so ein Drama aus dem Theater zu machen. Da warst du wahrscheinlich auch schon zu cool, 85, ja? Ja, 85 war ich schon zu cool für diesen Film. Aber jetzt bist du ja der Altersmelde-Guess. Jetzt bin ich der Altersmelde-Guess, ja. Ja, hast du einen Tipp? Ja. Ich bin noch am Hadern. Habe ich. Mein Tipp ist 3,5. Hm. Alter, ich habe keine Ahnung. Du hast ja alles drin. Also, nee, ich glaube, 10 sind es nicht, aber... 10 wäre eine Überraschung, ja. Wir haben auf jeden Fall ein harter Plot. Ich habe mal die Jogel und die Pjade geholt. Ja. Ähm... Ich sage 3. Okay. Wobei, ja, würde mich wundern, wenn du hinwitträger als ich bist. Gucken wir mal. Bin gespannt. Ja. Geht eine Stunde 17, ist damit natürlich nicht besonders lange. Ja. Und ja, ist fraglich, ob das schon so ein Vehikel war, um, also ausschließlich, um irgendwie die Leute zu animieren, das Spielzeug zu kaufen. Wie hat es sich denn angefühlt für dich? Schon so. Echt, ja? Nee, also, eigentlich finde ich tatsächlich, dass die hier, was so Message angeht, muss man das ja schon fast lobenswert finden. Finde ich auch. Frage ist halt, wie das funktioniert, also ob das auch so ankommt. Ich habe mir halt echt, ich habe versucht, das so aus Kinderaugen zu sehen. Mhm. Und, sagen wir mal, den pädagogischen Teil, den finde ich auch irgendwo wertvoll. Oder, also zumindest kann ich mal das gut finden, was hier so an Werten vermittelt wird. Aber ich fand es hart langweilig. Ja, weil wir ja auch nicht die Zielgruppe dieses Films sind. Also, nee, eben. Logisch. Also, das ist ja noch nicht mal, das muss man ja wissen, also das wussten wir wahrscheinlich auch vorher, das ist ja nicht mal einer von diesen Zeichentrickfilmen von Disney oder von Pixar, wo wir sagen, hier haben auch die Erwachsenen ihren Spaß, weil die an der einen oder anderen Stelle irgendwie was Spektakuläres passiert oder irgendeine Anspielung gibt auf Scarface oder so. Sondern, das ist ja wirklich jetzt komplett für die kleine Zielgruppe an sehr jungen Mädchen und Jungs. Und ich habe es tatsächlich aus dieser Sicht gesehen und habe gesagt, was wäre, wenn ich jetzt vier gewesen bin und gucke den Glücksbärchen-Film. Wie gruselig ist der? Wie sehr hat mir das gefallen? Wie schön ist die Botschaft eigentlich, die da ermittelt wird? Und von der Warte habe ich mir tatsächlich diesen Film angeguckt und habe gesagt, ich mache das jetzt so, ansonsten habe ich ja da gar keinen Spaß dran. Und das habe ich auch getan. Und ja, dazu die Story zusammenfassen. Ja, also es geht um die Care Bears. Die leben in ihrem eigenen Land, was irgendwo in den Wolken ist. Care a lot. Sensationell. Sensationelles Wortspiel. Es gibt einige Sachen, die ich hier sensationell finde von Idee. Allein schon, dass das kleine Lamm zum Beispiel immer, wenn es redet, so wie ein Lamm redet, sondern halt so, was hast du denn heute getan? Weißt du? Wie so ein Mäh, aber halt beim Verbalisieren der Sätze. Genial. Genial. Das fandest du genial, ja? Total. Vielleicht solltest du erzählen, was hier geht, wenn du es so genial fandest. Care a lot? Hallo? Wie gut ist das? Die lacht mich aus. Ja, ja, super. Ja, erzähl weiter. Also jetzt doch. Ja, okay. Also die leben da in den Wolken in ihrem Land und haben eine Menge Spaß zusammen. So, und woran sie am meisten Spaß haben, ist nämlich ihre Gefühle zu teilen und mitzuteilen. Und das wollen sie halt auch allen Leuten auf der Erde vermitteln, vor allem natürlich den Kindern. Die haben dann nämlich so schön spannermäßig, haben die so große, so ein Teleskop da oben bei sich und da können sie halt von runter gucken und können sich da ihre Fälle angucken, wo sie jetzt demnächst hinspringen wollen, um zu helfen. Ja, und wie man das von den Care Bears so kennt, haben die alle eigene Fälle. Stimmung, die, oder Funktion, die auf ihrem Bauch durch ein Bild repräsentiert werden und dann haben sie natürlich auch unterschiedliche Farben. Verschiedene Superheldenkräfte, ja. Ja, so in etwa. Ja, und jetzt beobachten die da so ein Geschwisterpaar, was total frustriert ist und schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Leuten, von denen sie geliebt werden und die sie geliebt haben und deswegen haben die beschlossen, sich nicht mehr groß emotional in irgendwas zu involvieren und haben deswegen auch relativ wenig Bock auf die Care Bears. Aber die sehen da natürlich jetzt erst recht die Mission, die beiden da wieder auf die helle Seite zu ziehen. Und parallel dazu gibt es Nikolas, das ist ein Zauberlehrling, der in so einem Zirkus arbeitet und der findet ein böses Buch, was durch so ein Siegel verschlossen ist, was dann aufgeht und in dem Moment, als er einen Wunsch äußert und ihm dann anbietet, diesen Wunsch zu erfüllen und dabei wird er aber natürlich jetzt von diesem bösen Spirit irgendwie in den Bang gezogen und es damit dann, Gea rutscht so in Richtung Antagonist damit. Ja, hier gibt es sogar ein Necronomicon, was noch ins Spiel kommt. Na, das ist doch dieses Buch, oder nicht? Meine ich ja, ja. Aber halt ein Necronomicon in einem Kinderfilm ist schon ein Schnaubbolzen. Fandest du auch sensationell? Ja. Und in dem Moment, wenn er das aufmacht, haben wir halt die wahre Antagonistin, die ihn halt so verzaubert und das ist halt so eine Hexe. Und wir sehen das Gesicht von der Hexe praktisch so über dem Buch schweben, die ihn dann so beeinflusst. Ja. Und sagt, du brauchst keine Freunde, du brauchst keine Glücksbärchen, du brauchst nur Hass. Mhm. So in etwa. Ja, und dann müssen die Care Bears natürlich den Laden retten. Mit ihren beiden neuen Freunden, genau. Das sind praktisch... Die nehmen die da nämlich mit zu sich da ins Land. Ja. Und dann gibt es wilde, aufregende Abenteuer. Ja. Die große epische Schlacht zwischen Liebe und Hass. Und laut Tagline soll das dann doch irgendwie die ganze Familie involvieren. Also a movie that'll make the whole family care a lot. War das so? Warst du groß involviert? Hat dich das gejuckt? Hast du gecared? Care bitte vor deiner eigenen Haustür. Die Care-Woche bei den Bandausen hier. Die Care-Woche, alles muss raus. Auch ich bin natürlich aus diesem Film komplett rausgewachsen. Aber ich habe ihn tatsächlich so betrachtet, wenn ich mir diesen Film jetzt mit meinem vierjährigen Neffen angucken würde. Könnte ich das verantworten, könnte ich das nicht verantworten. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass die Botschaft sehr niedlich und süß ist und wichtig, so von wegen. Man muss natürlich zusammenhalten. Man braucht Liebe, man braucht Freunde und das alles. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich finde ihn an einigen Stellen, glaube ich, finde ich ihn zu gruselig für die ganz Kleinen. Gerade so mit diesem Buch und dieser Hexe und so. Und wenn er dann auch total durchdreht und dann so fast schon vom Teufel besessen ist, weißt du, dieser Zauberlehrling, der vorher so voll so ein bisschen schludrig und teuflatschig war. Und dann wird auf einmal hier der böse Herrscher, der die Welt unterjochen will. Und dieser Jahrmarkt wird ja dann komplett, ist ja auch so ein Silent-Hill-Szenario. Früher war da voll das Leben und alles bunt und tobt und freut sich. Und dann ist alles plötzlich ausgestorben und überall hast du nur diese dunklen, dieses dunkle, verlassenen Karussells und so auf diesem Jahrmarkt und so. Die Animation ist natürlich recht überholt. Das ist alles sehr rudimentär. Du hast, das ist so einer dieser Zeichendreckfilme. Ja, aber das finde ich halt krass, weil wenn du dir Disney-Filme von damals oder noch sogar von weit davor anguckst, ist das irgendwie trotzdem geiler. Ja, ja. Immer noch. Ja, ja. Das ist ja hier auch nicht, das ist ein kleineres Studio und so. Also klar, das kann damit nicht konkurrieren. Bin ich voll bei dir. Du hast ja sogar hier, das ist ja einer dieser Zeichendreckfilme, wo du in manchen Einstellungen ist ja so, als wenn du gerade ein Buch anguckst, da bewegt sich ja nichts. Wo die über diesen Jahrmarkt blenden, da stehen ja die Menschen unten still. Ja. Die zeigen einfach nur so von oben diesen Jahrmarkt und du siehst, okay, da bewegt sich einfach nichts in diesem Bild. Das ist so, als wenn du ein Buch abfilmst. Ja. Also, in die Richtung geht das. Ja, Sprecherrie, die können wir Mickey Rooney erwähnen, der fungiert ja so ein bisschen als Erzähler durch den Film, weil es gibt am Anfang so eine Rahmenhandlung. Ja, das Ganze ist eingebettet, weil es quasi als Geschichte erzählt wird und dann ausgerechnet auch noch irgendwelchen Waisenkindern. Ja. Nochmal eine doppelte Botschaft. Nee, also mir ging das schon auch so. Ich habe auch, also habe halt gedacht, so für Kinder, was ist da drin? Und natürlich ist es cool, was da an Werten vermittelt wird, eben da so, dass du sagen darfst, wie du dich fühlst mit etwas oder mit anderen Personen und so, dass das auch kommuniziert werden soll und dass es wichtig ist, dass du Leute hast, die dich lieben, damit da auch ein Umfeld geschaffen wird, wo du eben über deine Gefühle sprechen kannst. So, das alles, was hier messagemäßig drin ist, finde ich gut und eben auch sagt, das ist tausendmal besser als eben sowas wie Paw Patrol und so. Das Ding ist trotzdem. Also da sind wir uns einig, wenn du jetzt Kinder hättest, hättest du wahrscheinlich ein besseres Gefühl, den Glücksbärchen zu zeigen, als wenn jetzt so ein mit drei Jahren sich so ein übelstes Transformer-Geballer anguckt. Ja, natürlich, klar, logisch. Okay, gut. Nee, nee, eben, also das geht für Kinder inhaltlich auf jeden Fall klar und dann sind wahrscheinlich die Songs, die hier drin sind, auch eher förderlich als kontraproduktiv, weiß ich nicht. Mir gingen die Songs halt hart auf den Keks, weil ich jetzt auch nicht fand, dass das so, was das Production Value angeht, war jetzt nicht, fand es jetzt nicht, waren keine krassen Songs, nee, also definitiv nicht. Ja, wobei, hier steht ja auch ein Musical mit drin, ne? Ja, natürlich, die Glücksbärchen singen natürlich auch ihre Lieder mit ihren Freunden ab und zu. Und dann hat sich das für mich schon sehr gezogen, obwohl das eben nur eine Stunde siebzehn geht. Aber ja, klar, habe ich mir auch vorgestellt, dass das für Kinder funktioniert, aber ich bewerte das ja so den Spaß, den ich beim Film gucken hatte. Ja. Und der war schon recht dünn aufgestellt. Ja, das habe ich mir gedacht. Deswegen auch meine niedrige Punktefrage bei dir, aber... Naja, aber du kannst doch hier nicht, du warst doch jetzt hier nicht Freude erfüllt vor dem Fernseher und hast dir diesen Film reingezogen. Natürlich, weil ich nicht Freude erfüllt vor dem Fernseher und habe den besten Film der Welt gesehen, aber ich kann... Dem Film an sich kann ich ja nicht vorwerfen, dass ich rausgewachsen bin aus dem Film oder aus dem Genre oder dass ich viel zu alt bin. Nee, aber du hast ja auch immer gesagt, bewertest den Spaß, den du mit einem Film hast und... Ja. Ich finde, es ist eine Sache zu sagen, ja, objektiv ist das was, was für Kinder bestimmt gut funktioniert und da ist auch nicht viel drin, was verkehrt ist für die Kinder. Fein. Aber ich bin ja nicht das Kind, was mir diesen Film jetzt angeguckt hat und so, weißt du? Ja, bei mir ist es punktmäßig eine Mischung aus beiden geworden, weil ich mir auch gedacht habe... Betrug! Das ist kein Betrug. Betrug! Nein, weil... Das erste Mal, dass du sowas machst. Nach fünf Jahren kommt er mit so einer Nummer. Davor immer so, ich bewerte doch, wie viel Spaß ich mit dem Film hatte und wenn ich hier nur genervt bin, so dann ist das eben ein anderthalb-Punkte-Film. Also für einen Schauspieler, damit hießt du mich wirklich grottenschlecht, Alter. Ja, das ist halt der Grumpy Guest. Da kannst du mal sehen, du klingst einfach wie die... Wie Charlie Browns Eltern am Telefon. Genau, genau so. Oder wie hier wieder Assistent bei einem Muppets. I don't understand a word you just said. Wie hieß der noch, Alter? Beaker, Mann. Ja, Mann. Frag da doch, wie der heißt, Alter. Mimimimi? Jede Emotion wird einfach nur durch Mimimi ausgedrückt, Alter. Noras Kleiner findet es jetzt super lustig. So wie drei Chinesen mit dem Kontravas früher einfach alles so mit O, alle Sätze so mit O oder mit U oder so zu formulieren. Alle Vokale einfach in ein O oder in ein U. Das finde ich auch witzig. Ich sagte aber, alter Hut, hatten wir damals auch schon. Das ist nichts Besonderes. Könnte sich nicht mal was Neues einfallen lassen. So findet jeder was anderes lustig. Okay. Kommt er hier mit einer Mischung. Ja, weil ich nicht in dem Film irgendwie zwei Punkte geben kann, nur weil ich jetzt rausgewachsen bin aus dem. Das macht ja trotzdem im Film nicht weniger liebevoll. Ja, weil ich hier relativ ganz gut durchgekommen bin und ein paar Samples gefunden habe. Wirklich? Ja, wirklich. Eins habe ich auch gefunden. Eins. Ich habe mir vier notiert. Insofern alleine schon das war, eine fette Ausbeute. Okay. Okay. Ja. Mehr haben wir nicht. War der erfolgreichste Film, der nicht von Disney war, aus dem Jahr, finanziell, im Jahr 85. Das können wir noch erwähnen. Aber ja, viel mehr gibt es hier nicht. Okay. Dann nennen wir die anderen Punkte. IMDb 5,6, hat einen Metasko von 46. Scheinlich alle Fans von dem Film zu sein und Letterboxd ist bei einer glatten 3. Scheinen nicht alle Fans zu sein von dem Ding. Für mich ist es eine 6. Ja? Ach komm, Alter. Hau doch ab. Wirklich? Ah, Mann, ey. Ich kann dem Film nicht böse sein dafür. Digga, jetzt habe ich schon wieder Bock, über Englisch zu sprechen. Das darf doch nicht wahr sein, Alter. Jetzt überleg doch mal, wie das korreliert. Du kannst doch nicht mit Englisch. Du kannst doch nicht mit Englisch. Englisch ist doch Verwachsene. Ja, aber du verlierst doch jegliche Glaubwürdigkeit. Du kannst doch nicht dem Kerber-Film 6 Punkte geben und Englisch irgendwie. Mann, Alter. Ich verliere selbst die Glaubwürdigkeit. Das ist doch ein Witz. Mit einer Rezension. Habe ich meine komplette Glaubwürdigkeit in 5 Jahren einfach vergraben. Total. Einmal. Puff. Scheiße. Jetzt muss ich alles wieder von vorne aufholen. Ja, ohne Witz, ey. Ach Gott, ey. Kacke. Ja, tut mir leid. 6 Punkte. Ich kann den Film guten Gewissens meinen imaginären Kindern empfehlen. Wie viel kommt von dir? Zwei konnte ich mir noch mit aller Mühe aus den Rippen leiern, Alter. Zwei Punkte für die Care Bears. Ja. Obwohl die so coole Freunde haben, wie den Elefanten und den Hasen und so. Und den Pinguinen. Also gerade das Ding mit dem Hasen fand ich auch so. Der Hase fliegt jetzt, oder was? Und die anderen kriegen sich gar nicht gewehrt, sondern sind da voll die Opferlämmer, Alter. Der fliegt ja nicht. Der springt einfach nur weit. Der fliegt um die Äste rum und dann geht der Arm vom Baum hinterher, damit er da völlig eingewickelt ist. Ja, schnell. Völliger Opportunismus, der hier waltet. Lieset. Hätte er sich doch mit der Eulen an der Tür unterhalten. Ja, so, warte mal jetzt. Einmal kurz anderthalb Miese für dich. Drei Miese für mich. Entschuldigung. Hätte man ja mit Alkakulieren können, dass ich ein kindlicheres Gemüt habe. So viel zu Grumpy Guess. Kann doch den Glücksbächtnis nicht weniger als sechs Punkte geben, Alter. Das ist wirklich ein Witz, Alter. Ah, okay. Na gut. Klar war es nicht meine Zielgruppe, aber trotzdem war er okay. Was soll ich dir sagen? Ja, ich mache mal schnell weiter. Das ist geil, ja auch die eine Rezension, weil ich habe jetzt mal den Metascore angeguckt und die eine Rezension bringt es halt so geil auf den Punkt, Alter. The adults forced to accompany three-year-olds to the movie would have had a little moment of satisfaction when the time came to shovel the Care Bear toys out of the house into landfill sites. Auch schön. Das trifft es doch eher. Aber gut. Ich finde diese Rezension und wenn man das unterschreibt, zeugt er von einem sehr verharteten Charakter und einer dunklen Kindheit. muss ich auch ein bisschen Care Bear im Herzen bewahren in dieser Welt. Danach kam ja die Serie, das finde ich eh auch abgefahren, ich habe mir das gerade mal angeguckt, die lief ja von 86 bis 88, war dann nochmal für ein jüngeres Publikum und das finde ich voll wild. Die erste Staffel hat irgendwie sechs Episoden, nee warte mal, 13 Episoden, die zweite hat sechs und die dritte hat dann 30. Okay. Aber es gab auch Sequels, oder? Von dem eigentlichen Film. Keine Ahnung. Gab es das? Wissen wir nicht. Nee. Nee, gab es nicht. Also ich weiß halt von der Serie und war schon überrascht, dass der Film vor der Serie stattfand. Gut. Ja, crazy. Vielleicht hast du die Punktevergabe im Hinterkopf, wenn wir mal in einem Land vor unserer Zeit oder so rezensieren. Das ist wahrscheinlich auch ein Film, der eher so für die andere Zielgruppe funktioniert. Ey Alter, was du für Filme auch null Punkte gegeben hast, ne? Oder wenn ich, also, egal. Sechs Punkte, Alter. Das ist richtig viel, Mann. Warum so viel Hass für diese wunschuldigen Kreaturen? Ja. Das ist nicht viel. Sechs Punkte sind schon richtig viele. Sechs Punkte ist für mich so dieser Okay-Status. Und für mich war das so eine Mischung aus, wie gesagt, aus, ich kann dem Film nicht böse sein, weil ich dann, weil das nicht mein Alter ist und ist okay. Kann man machen. Kann man den Kindern vorsetzen. Ja. Ja, gut. Jetzt sind wir hier mit zwei verschiedenen Ansätzen reingegangen. Kann man nichts machen. Ja. Okay. So, jetzt du wieder. Ja, jetzt ich wieder. Und jetzt zu was Ähnlichem. Nehme ich den Film Death Machine. Monster aus Stahl aus dem Jahr 1994. Monster aus Stahl ist auch schön, ne? Ja, es ist wunderschön. Es ist passenderweise mein letztes Los aus dieser Riege und aus diesem Reigen, aus dem Lostopf für unseren Kumpel Azubi Dennis. August 23 reingeworfen und ist schön, dass ich das letzte Los praktisch ihm widme. Und der Regisseur und Drehbuchautor von Death Machine ist Stephen Norrington. Der hat vier Regie-Credits. Aber unter diesen vier Regie-Credits ist Blade und Liga der außergewöhnlichen Gentleman. Also zwei Filme, die man kennen könnte. Und erste Frage. Du kennst Death Machine wahrscheinlich nicht. Schon was von gehört? Ne, ich glaube nicht. Ne. Muss ich mal nachgucken. Nichts von gehört? Ne. Okay. Das ist ein Sci-Fi-Film, der im Jahr 2003 spielt. Lol. Naja. Es gibt einen großen Rüstungskonzern, der einen tödlichen Kampfroboter produziert hat, der auf menschliche Angst reagiert. Auf Pheromone. Ja. Und dann sehen wir auch teilweise, wenn wir diese Maschine, diesen Roboter in Action sehen, sehen wir auch die POV der Maschine. Das ist so ähnlich wie bei Terminator. Ja. Wir sehen dann, was der anvisiert und so. Und dieses Infrarot und die Schrift, die dann eingeblendet wird und so. Das heißt, das ist so ein bisschen 80s-Style. Mhm. Und diese Firma, dieser Rüstungskonzern hat eine neue Geschäftsführung gekriegt namens Hayden Care. Und Hayden Care steht aber auf der Seite der Demonstranten, die sie beschimpfen vor der Firma. Und die irgendwie diese ganzen Kampfroboter abschaffen wollen. Und die will diese unmoralischen Sachen, wie zum Beispiel diesen Kriegsrobot und so, will sie halt rauswerfen. Alter. Entschuldige. Ich habe gerade gesehen, dass ich jemanden aus dem Cast kenne. Na. Also persönlich. Ach so. Persönlich. Okay, erst klar. Ich dachte, du spielst dich auf unseren Lieblingsschauspielern an. Ne, ne, ne. Okay. Ach, das freut mich. Wie cool. Äh, die Kündigung von der neuen CEO kriegt als erstes der Entwickler der Death Machine, Jack Dante. Auftritt, Brad Dourif. Und er macht das, wo ihm eigentlich keiner das Wasser reichen kann. Er ist halt durchgeknallt ohne Ende, hat einen irren Blick, hat lange Haare, zottelige Haare, redet wirres Zeug, lebt und arbeitet in so einem Keller, wo alles ausstaffiert ist mit irgendwelchen Actionfiguren, Schaufensterpuppen. Ähm, weirdes Zeug. Und mit dieser Kündigung, das gefällt dem durchgeknallten Dante natürlich überhaupt nicht. Und dann kontrolliert und schickt er seine Todesmaschine halt auf Rachetour. Und die mordet dann. Mhm. Und dagegen stellen sich drei Revoluzzer und so Ökoaktivisten. Und, äh, die bis an die Zähne bewaffnet sind übrigens. Und zu diesem Trio stößt dann die neue CEO Hayden Kale. Die wird zu Hause geweckt. Und, äh, da heißt es so, hier läuft gerade der Roboter-Ammok, hier ist gerade die Kack am Dampfen in deiner Firma, du musst herkommen. Und bricht dann direkt nach Hause auf, im Gegensatz zu Pam Greer in ihren Foxy-Brown-Filmen, die sich komplett stylt, ist sie den Rest des Films praktisch mit Sweatpants und Schlaft-T-Shirt unterwegs in diesem Action-Szenario, was ich schon ziemlich geil fand. Ist cool, ja. Ja, ist schon cool. Und das wird natürlich irgendwann mal dreckig und abgefuckt, aber sie rennt halt die ganze Zeit mit den Schlafklamotten da rum. Äh, ich sag mal so, Robos sind ja cool seit Terminator und, äh, seit in den 80er Jahren so ein bisschen so dieses, dieses Ding bedient worden ist. Und das hat man in den 90ern natürlich auch noch weiter fortgeführt. Und das ist einer, der definitiv den Geist der 80er atmet. Mhm. Ähm, der hier ist richtig mächtig, diese besagte Death Machine. Du hast so einen Kopf, der erinnert wie so ein, wie so ein Bagger, weißt du, wie so die Schaufel von einem Bagger, der auch so voll schnell auf und zu geht, so, weißt du, mit so Reißzähnen. Okay. Dann hat er so riesige, schnelle Krallen, so wie Freddy Krüger, so praktisch so eine, so eine langen Krallen so befestigt an seinem Maschinenkörper, die auch super schnell sind, wenn die irgendwo zu haben. So klingen oder was? So klingen, genau. Okay. Und das macht ihn schon zu der besagten Killermaschine. Ähm, das ist einer der Filme, die in der Videothek wahrscheinlich nur so mit ein, zwei Covern ausstaffiert worden sind. Nicht in der ersten Reihe, sondern eher so im hinteren Regal. Äh, nicht so wie damals zum Beispiel Jurassic Park oder Armageddon, wo du dann so die volle Regalwand hattest mit Covern von denen. Sondern das ist einer, der wahrscheinlich nur so ein oder zweimal irgendwie da stehen würde. Mhm. Einer von denen. Aber ich sag mal so, Leute wie Raph, falls ihr den nicht schon kennt, das ist so seine Baustelle, glaube ich, weil... Also es klingt gerade so, als hätte ich mit dem auch mal einen Spaß. Ich denke auch, ja. Weil die Dialoge und die Optik ist natürlich oft trashy, das ist ein bisschen campy. Mhm. Du hast viele popkulturelle Referenzen, das wird ja erwähnt, Scarface wird ja erwähnt an einer Stelle, dann heißt es so, glaubst du, du wärst alone oder was. I'll be back fällt an einer Stelle, was dann direkt der Referenz ist an Terminator und Arnie. Ja, selbst ich sehe hier zwei Rollennamen, die ich auch schon hart verwirrend finde. Es wurde halt einigen Regisseuren Tribut gezollt, wenn du darauf anspielst. Ach, ja. Und da hat man einige Rollennamen. Also die spielen auch, die heißen nicht nur so, sondern die spielen auch diese realen Menschen. Nein, nein, die heißen nur zufällig. Ach so. Das ist einfach nur eine Verbeugung vor Regisseuren. Ich glaube Cameron war dabei, oder? Carpenter und Sam Raimi sehe ich hier. Ach, Raimi, ja, ja. Ja, Raimi und Carpenter heißen hier ein paar Charaktere. Das ist einfach nur eine Verbeugung von Regisseuren. Ach, okay. Hat nichts mit der Story zu tun. Ja, nein, Scott Ridley gibt's noch. Ja, siehste. Das ist kein Zufall. Kann ich verraten. Kommt nicht von ungefähr. Ey, und eins muss man den Film lassen. Ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird. Ellie Paujit. Das ist nämlich die besagte Dame, die Hayden Cale spielt. Digga, die steht einer Ripley oder eine Sarah Connor in gar nichts nach. Ach echt? Erstens hast du hier eine weibliche Rolle in einem Action-Vehikel, weißt du, die auch richtig zurückschlägt. Mhm. Und in so einem Reißer, und die macht das super gut. Also es gibt sogar eine emotionale Szene, wo sie jetzt schauspielerisch was zeigen kann. Und da dreht sie auch nochmal richtig auf. Und die ist einfach badass cool, Alter. Es gibt eine Szene in so einem Fahrstuhl, wo einer ihrer ehemaligen CEOs dann so eine Waffe zückt und, weißt du, und dann versucht die Kontrolle so bei sich so ranzubringen. Und er sagt so, ey, stellt sich so vor sich hin und ist halt so ein Dicker mit so einem Bart und sagt halt so, ey, nichts gegen dich. Und die Beziehung zwischen uns beiden und so weiter hin und her, die wollte ich natürlich jetzt hier, also es ist nicht, it's not personally, so weißt du, sowas in der Art. Mhm. Und was macht sie? Sie haut ihn halt auf die Fresse. Sie haut ihn halt unmittelbar aus dem Nichts, sie guckt ihn an und haut ihn halt einfach so auf die Fresse, ins Gesicht, auf die Nase. Das fand ich so gut. Es war so lässig, Alter, wie sie ihn so anguckt, so nachdem er so meint, so von wegen, so ja, not personally und so. Also sie lässt sich halt nichts sagen und versucht halt die Kontrolle da zu bewahren und hat auch mit Zurückschießen auf jeden Fall kein Thema. Okay. Insofern, die ist auf jeden Fall hier auch badass cool. Und ey, Death Machine hat Brad Dourif, der wieder durchdreht und sein Ding macht und auch das wertet diesen Film natürlich auch. Insofern hatte ich hier großen Spaß. Er ist definitiv zu lange in der Kinofassung, die ich gesehen habe, weil die geht knapp zwei Stunden. Es gibt insgesamt drei Fassungen. Der Director's Cut ist zehn Minuten kürzer und es gibt einen Final Cut. Ach, das finde ich immer wieder spannend, wenn ein Director's Cut kürzer ist. Ja, tatsächlich. Und vielleicht haben sie da ein bisschen was korrigiert, weil ich finde, für so ein Action-Vehikel, für so einen Sci-Fi-Reißer, finde ich zwei Stunden halt ein bisschen zu aufgeblasen. Okay. Dann gibt es noch einen Final Cut, der ist noch zehn Minuten länger. Uff. Das ist wiederum die super lange Version. Ich habe jetzt die Kinofassung gesehen von damals, die geht knapp zwei Stunden. Und da hätte man ruhig an einer und anderen Stelle ein bisschen was kürzen können. Aber ansonsten ist das schon ein geiles Ding. Und rein vom Production-Value hat er schon ein paar Momente, wo es auf jeden Fall ballert. Wenn man so einen Hang-zu-B-Film hat, aber auch so Action- und Sci-Fi mag, ist das schon ein Beispiel aus den 90ern der besseren Sorte. Weil tatsächlich auch viel Practical Effects und nicht so viel CGI, wo man gesagt hat, das sieht nicht mehr gut aus. Sondern tatsächlich hat man das meiste hier Practical umgesetzt. Und die Death Machine selber ist so halt in Szene gesetzt, dass sie schon wirkt. In den Momenten, wenn sie halt auftritt und durch so einen Fahrstuhl sich säbelt und so. Das kommt schon geil. Okay. Ja, ich habe Bock. Ja. Dann guckt den, wer Bock hat. Das ist ein ziemlicher Geheimtipp, weil ich habe noch nie was davon gehört. Der ist an mir vorbeigegangen. Aber falls ihn einer kennt da draußen, dann gerne her mit dem Feedback. Vielleicht overselle ich ihn auch gerade, aber ich hatte Spaß. Okay. Ja, aber halt mal das ist ja ein bisschen campy und so. Bisschen campy ist er schon. Ja, ja. Das sind so die Mankos. Okay. Aber schade, dass man von Eli Paujet nicht mehr so viel gehört hat. Also die fand ich richtig gut. Hat die denn sonst noch irgendwas gemacht, was man gesehen haben könnte? Nicht allzu viel. Also die hat schon ein paar Sachen gemacht. Die hatte jetzt in irgendeiner Serie hatte sie auch immer so ein bisschen längere Rolle. Ich glaube Scandled oder so. Mhm. Also die dreht schon noch was, aber so eine richtige Riesenkarriere hat die nicht gemacht. Ich meine, das war ja auch kein großer Film, wo man jetzt sagt, da hatten sie definitiv drin gesehen. Aber die ist talentiert. Das auf jeden Fall. Ja, schade. Ja. Ja, sehe ich gerade. 2018 hat die ihren letzten Credit aktuell. 2018. Das muss nichts heißen. Ja. Nee, aber auch schon sechs Jahre her. Ja, ja. Na, aber ey, viel Serie gemacht. Mhm. Das Death Machine, Monster aus Stahl. Und sonst wirst du keine Schauspieler mehr erwähnen? Wen hast du denn hier noch, den du gerne erwähnen würdest? Na, ich... Also es klingt nach einer kleinen Rolle, weil sie nur Junior Executive heißt, aber ich finde es interessant, dass Rachel Weisz dabei ist. Ach, Rachel Weisz stimmt. Das war ihr Filmdebüt. Ach, das war ihr Filmdebüt? Ja, ja, das war tatsächlich ihr Debüt. Ach, wie cool. Okay. Habe ich vergessen. Na, und dann eben, also halt, weil ich ihn persönlich kenne und sehr mag, würde ich gerne noch Andreas Wisniewski erwähnen. Okay. Den kennen wir. Ausstirbelangsam. Und der spielt hier offenbar auch mit. Schönen Gruß. Ja, auch den fiesen CEO am Anfang, der relativ schnell halt so unter dem Bodycount gepackt wird, den kennt man auf jeden Fall auch. Meinst du Martin McDougall wahrscheinlich? Ja, ja, genau. Ja. Das ist vielleicht auch ein Gesicht, was man... Ja, ja, auf jeden. Oder Richard Brake zum Beispiel auch. Das ist auch ein Name, den man schon mal in dem einen oder anderen Film gesehen haben kann, aber das sind schon eher, das sind schon ziemliche Deep Cuts. Ja, ja. Ja, aber wenn es da deutsche Beteiligungen gibt, dann kann man das ja gerne mal erwähnen. Aber gerne doch. Ja, cool, ey. Ja, ich hab Bock, den zu sehen. Cool. Früher oder später. Ja. Das klingt cool. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob da jeder so viel Spaß hat wie ich. Dennis fand ihn ja auch gut. Ansonsten ist bei Letterboxd sehr, sehr gemischt aufgefasst, dieser Film. Also es sind auch ein paar anderthalb Sterne und zwei Sterne Bewertungen, die ihn sehr trashy finden. Wo ist Dennis gelandet? Dennis ist bei einer dreieinhalb gelandet. Mhm. Und hier die restlichen Punkte. IMDb 5,6. Metascore gibt's zu diesem Film nicht mal. Oh. Und bei Letterboxd ist er bei einer 2,9. Mhm. Ich guck mal, wer den noch so gesehen hat. Aber der ist schon eine interessante Vita von dem Regisseur, ne? So diesen Film, dann Blade, Last Minute und dann The League of Extraordinary Gentlemen. Und das war's, ey. Ja, schon wild. Danach nie wieder was. Abgefahren. Mhm. Ja. Aber steht auch, After League of Extraordinary Gentlemen, he retired from filmmaking. Ja, ja. Da hat er die Schnauze vorgehabt. Ja. Ja, in meiner Barbel rund zehn Leute gesehen. Unser Kumpel Tom hier von Bullets & Fist gibt ihm zweieinhalb. Mhm. Und hier so die Feinkritiker hier, Patrick Lohmeier und hier André Hecker von Genre geschehen sind bei zwei Sternen. Also die eher im unteren Bereich unterwegs. Okay. Finde ich, wird ihm nicht ganz gerecht. Ja, ich finde, du klingst sehr viel begeisterter. Könnte ich jetzt an den Glücksbärchis orientieren. Ja, ja, eben. Also gemessen an denen müsste das eine siebeneinhalb sein. Ist das dein Tipp? Ja, jetzt bist du wahrscheinlich bei sieben. Ja, ich sag siebeneinhalb. Da ist eine Punktlandung, die siebeneinhalb. Sehr schön. Damit gehöre ich wahrscheinlich zur Minderheit, aber siebenkommal für Death Machine geht für mich voll klar. Okay. Yoshimitsu, Raph, mal auf die Watchliste setzen und dann mal Feedback geben, wie ihr den fandet. Mhm. Könnte euer Ding sein. Klingt gut. Alright. Und Lee auch gerne. Ja. So, und jetzt weißt du ja Bescheid, was kommt. Von Alexei im Oktober letzten Jahres reingeworfen. Mhm. Der zweite Langfilm von Guy Ritchie, nachdem es mit dem dritten neulich so gut lief, jetzt Snatch. Aus dem Jahr 2000. Yeah. 36 Credits hat er mittlerweile. Da zähle ich aber auch schon die, die jetzt gerade abgedreht wurden und in der Post-Production sich befinden, auch mit dazu. Aladdin 2 kommt ja tatsächlich, was ich auch irgendwie abgefahren finde. Echt, ja. Ja, aber da sind schon auch, der hat jetzt mit Isa Gonzalez irgendwie zwei Filme gedreht. Also der, der hat, ich glaube allein fünf sind jetzt irgendwie gerade entweder, nee, Aladdin 2 ist noch in der Pre-Production, alle anderen, die vier anderen sind schon abgedreht und da kommt einiges jetzt. Aber es ist ja nicht mal so der Classic Guy Ritchie, wie wir ihn kennen und lieben und so. Nee. Das ist ja schon so ein bisschen eine andere Baustelle, die er jetzt bedingt. Also es gibt ja Leute, die ihm mit The Gentleman unterstellt haben, dass er da wieder zu alter Form gefunden hat. Das war der, der wahrscheinlich daran kommt. Ja, ich hab das ja auch schon nicht so ganz gesehen. Also es ging halt, zumindest mal was die Charaktere angeht, in die Richtung, aber irgendwie, also mit den ersten beiden Langfilmen hat der für mich was gemacht, wo der irgendwie nie wieder herangekommen ist. Da zählt das Snatch echt mit rein. Und spannenderweise ist dieser Film auch schon von Matthew Vaughn produziert worden. Da gibt's also eine lange Beziehung zwischen den beiden. Ja, und das sind eben auch die Filme, für die er, glaube ich, am bekanntesten ist. Und gerade Snatch, also in meinem Umfeld hat den jeder gesehen, jeder hat den gefeiert und ich kenne, glaube ich, persönlich niemanden, der diesen Film nicht gut findet. Weiß nicht, wie's dir da geht. Und das ist aber eigentlich für so einen britischen, dann doch eher kleinen Film halt schon auch irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal. Also es gab, finde ich, auch in den 90ern und dann so Anfang 2000er vielleicht schon auch noch, vereinzelt gab's immer so Filme, die so jeder kannte, obwohl das eigentlich relativ kleine Filme sind. So Brücke sehen und sterben war ja auch so ein Ding. Ja, stimmt. Und Snatch zählt da voll mit rein, weil sechs Millionen Pfund gekostet und aus heutiger Sicht aber ein Line-Up, was sich halt wirklich sehen lassen kann. Und das ist schon geil. Wobei Bubedamme König Gras natürlich schon für Furore gesorgt hat, so in meinem Freundeskreis damals. Und den haben schon alle gesehen und deswegen wussten die, okay, das ist der Typ, der Film von den Typen, der den gemacht hat. Genau, war ja auch nicht viel Zeit dazwischen. Und jetzt ist das aber mit dem Line-Up. Also klar, da viele aus dem ersten Film hier natürlich auch wieder mit bei und oder einige. Aber es wurde international da. Na ja, und vor allem sind da jetzt aus heutiger Sicht halt eine Menge Stars mit bei, weil das war schon sowas wie der Start von Jason Statham, Stephen Graham, die hier ein Gangster-Pärchen spielen. Also er ist so der Hewie, also Stephen Graham ist so der Hewie von Jason Statham. Und ja, dann erzähle ich glaube ich gleich mal was zur Handlung. Also der Film steigt ein mit einem Raubüberfall. Wir sehen eine Gruppe Herren verkleidet als orthodoxe Juden in Antwerpen, wie sie sich als jemand ausgeben, der wohl von einem Ladenbesitzer gekannt wird. Und deswegen werden sie da reingelassen und unterhalten sich dabei die ganze Zeit über die Jungfrau Maria. Das ist übrigens eine Anlehnung an Reservoir Dogs, weil sie sich da ja am Anfang über Like a Virgin unterhalten. Über Madonna, ja. Und über Madonna. Und deswegen wird jetzt hier über die Jungfrau Maria gesprochen. Und das ist ganz cool gemacht, weil wir diese ganze Unterhaltung und den Weg der Herren in das Gebäude rein, sehen wir über eine Überwachungskamera. Also über den Bildschirm einer Überwachungskamera, von verschiedenen Überwachungskameras. Und einer dieser Herren, die diesen Raub begehen, ist eine der Hauptfiguren, Frankie Fourfingers. Weil er, wie der Name sagt, nur noch vier Finger in einer Hand hat. Und das ist eben ein Dieb. Die marschieren dann da rein, nehmen einen riesigen Diamanten mit, der auch so der McGuffin ist in diesem Film. Also das ist das Objekt, dem alle hinterherjagen. 86 Karat und halt so ein Riesending. Den steckt er ein. Und wir erfahren, er hat diesen Diamanten im Auftrag eines New Yorker Juweliers geklaut. Nämlich Cousin Avi. Auch schon eine herrliche Figur. Gespielt von Dennis Farina. Übrigens Frankie Fourfingers. Natürlich bin ich Silhetoro. Mit einem Akzent, den er hier spielt, den ich bis heute nicht zuordnen kann. Aber das ist auch viel, ist Absicht, vor allem was Sprache angeht in diesem Film. Das hat tatsächlich mit der Kritik rund um Lock, Stock and Two Smoking Barrels zu tun, weil es da wirklich ein paar Kritiker gegeben hat, die halt gesagt haben, dass die Londoner Akzente nicht glaubwürdig wären und zum Teil unverständlich und pipapo. Und dann hat Guy Ritchie das Ding Wolle genommen und hat hier extra eine Figur eingebaut, die nicht nur von der Kritik nicht verstanden wird, sondern auch von den Figuren im Film nicht verstanden wird. Und das ist dann Brad Pitt geworden, der nämlich nach Lock, Stock and Two Smoking Barrels Interesse bekundet hat, beim nächsten Film von Guy Ritchie mitzuspielen. Hat ihn angerufen und gefragt, hast du eine Rolle für mich? Er hat gesagt, ja, habe ich, hat dann festgestellt, dass Brad Pitt keinen Londoner Akzent drauf hat und dann festgestellt, ich habe gar keine Rolle für ihn, also musste noch eine reingeschrieben werden. Und so kam überhaupt erst Mickey O'Neill in dieses Drehbuch. Aber jetzt mal zurück zur chronologischen Handlung. Frankie Fourfingers hat diesen Diamanten geklaut und Cousin Avi, der diesen ganzen Raub finanziert hat, der soll also jetzt aus New York ankommen, um diesen Diamanten zu bekommen. Da gibst du immer diesen Zeitraffer mit dem Flieger. Ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Pille einwerfen, Shot getrunken, Flugzeug, Taxitür und er ist da. It's showtime, Fox. So geil. Naja, und Cousin Avi sagt jetzt, dass er den Diamantenhändler Dark the Head kontaktieren soll und macht er dann auch. Und ein anderer von diesen Räubern rät dann Frankie Fourfingers, dass er sich zuerst an seinen Bruder, den Ex-KGB-Agenten Boris the Blade, wenden soll, um von dem eine Waffe zu bekommen. Was Frankie nicht weiß, ist, dass das natürlich ein Trick ist, weil diese Brüder planen, den Diamanten an sich zu nehmen. Und wollen dafür aber eine dritte Partei einschalten, um nicht, dass das Ding nicht zu ihnen zurückverfolgt werden kann. Weil die sagen halt, ja, wir sind Russen so und dann weiß sofort jeder, das können wir nicht machen. Also muss eine andere Partei dazwischen geschaltet werden. Und da kommt dann nämlich der zweite Handlungsstrang zum Zug. Wir sehen dann jetzt nämlich eben einen Box-Promoter slash Casino-Betreiber, das ist nämlich Turkish, also Jason Stathans Figur, der mit seinem Hewie, Tommy, das ist Stephen Graham, die wollen bei so einer Größe im Box- und Hundekampf-Milieu, Bricktop, wollen die einen ihrer Kämpfer hinzufügen. Also der soll bei den Wetten von Bricktop aufgenommen werden. Und das ist Gorgeous George. Gorgeous George ist ein Riesentyp und eben Boxer. Und dann machen die den Deal mit Bricktop. Und das ist aber auch immer so, dass diese Box-Kämpfer halt gescriptet sind. Da ist dann klar, in der und der Runde muss der irgendwie auf den Boden gehen und so verdienen halt alle, die Bescheid wissen, ihre Geld. Und so will eben auch Turkish was vom Kuchen abhaben und hat dann jetzt eben Gorgeous George da mit reingebracht. Jetzt ist aber das Ding, dass Turkish seine Box-Promotion aus so einem ganz schäbigen Wohnwagen betreibt. Und der sagt dann zu Tommy, so geh mal los und besorgen einen neuen Wohnwagen. Weil das Ding hier, das fällt komplett auseinander. Das ist überhaupt nicht repräsentativ. Wir brauchen was Schickeres. Also geh einen Wohnwagen kaufen. Dann zieht Tommy mit Gorgeous George los zu den Pykies. Das ist im Endeffekt ein englischer Begriff für das unschöne Wort Zigeuner. Aber so werden hier halt dann, so gewisse Menschengruppierungen wird hier halt die ganze Zeit Pykies genannt. Und einer von denen ist eben Mickey O'Neill. Und dann kommen die also auf diesem, das ist halt auch echt so wie so eine Müllhalde, wo die leben. Aber das ist halt ein so ein Platz, wo eine Menge Wohnmobile stehen und Wohnwegen und irgendwie überall Hunde und Dreck liegt rum. Und als sie auf Mickey treffen, hat er auch gerade irgendwo zwischen die Wohnwegen gekackt. Das ist so legendär, Alter. Brad Pitt, Alter. Die erste Szene, wo man ihn sieht, da kackt der hinter so ein Autowrack, Alter. Naja, also es wird nur suggeriert, wir sehen nicht, wie er kackt. Nee, aber das ist schon einer der geilsten Einführungen einer Figur in der Filmgeschichte. Für mich. Wie geil war das denn? Ja, und mit Mickey versuchen sie dann eben zu verhandeln, dass sie ihm einen Wohnwagen abkaufen. Und das gestaltet sich ein bisschen schwierig, weil eben Mickey, wie gesagt, von niemandem verstanden wird, außer halt von seinen unmittelbaren Verwandten. Na und so glauben sie, einen guten Deal gemacht zu haben. Tommy hat von Turkish eine Menge Kohle mitbekommen. Turkish hat noch gesagt, wäre schön, wenn es Wechselgeld gibt. Dann kaufen sie Mickey diesen Wohnwagen ab und machen den an ihrer Karre fest. Beim Runterfahren vom Hof bricht die Achse vom Rest des Wohnwagens und das Ding hat halt plötzlich keine Räder mehr. Beim Versuch, diesen Deal rückgängig zu machen, sagt Mickey, ja, nee, sorry, ihr habt den so gekauft wie gesehen. Euer Pech. Aber ich mach ein Angebot, wir kämpfen drum. So, er sagt, gorgeous George soll rankommen und es gibt einen Boxkampf. Was Tommy nicht weiß und gorgeous George offenbar auch nicht, dass Mickey O'Neill ist Bare-Knuckle-Box-Champion. Kann also ordentlich einstecken und hat halt auch einen sehr legendären Schlag, weil er lockt Leute ganz gerne mit einem Schlag aus. Golden Brown. Und das macht er dann auch mit gorgeous George, verletzt den ordentlich und das Ding zieht Kreise, weil gorgeous George sollte ja in diesem Boxkampf von Bricktop antreten. Das geht jetzt nicht, weil er eben echt außer Betrieb ist, was Bricktop nicht so gut findet und jetzt muss also ein Ersatz her und so wollen sie Mickey als Ersatz für gorgeous George an den Start bringen. Der wiederum will dann selber einen Wohnwagen für seine Mutter. Das ist halt schon geil, wie sich das Ding rumdreht. Also wie die vom ursprünglichen Plan, einen Wohnwagen von Mickey kaufen zu wollen, dabei landen, dass sie ihm einen schulden und das auch nur, wenn er mitmacht bei der Boxaktion. wo sie drinstecken. Das ist halt schon echt schön, Alter. Ja und das Ding ist natürlich echt gespickt mit super geilen Charakteren. Das finde ich funktioniert über weite Strecken auch heute noch, weil da halt so viel drin ist von so schrägen Figuren, die alle maßlos überzeichnet sind. Aber so wie sie eingeführt und eben gezeichnet sind und eingeführt werden, ist das schon immer noch ziemlich legendär. Ja und vielleicht, weil ich den Film halt früher schon sehr mochte, funktioniert es heute auch immer noch sehr gut. Ich wüsste nicht, wie das ist, wenn man den heute zum ersten Mal sieht. Ich kann mir vorstellen, dass dann vieles wahrscheinlich ein bisschen drüber ist. Eine Figur, die auf jeden Fall noch erwähnenswert ist, ist Bullet Tooth Tony. Das ist nämlich Vinnie Jones. Das ist einer der wenigen Herren, die wir da schon aus Lock, Stock and Two Smoking Barrels kennen. Einer der wenigen Herren? Jetzt hier aus dem Cast? Ja, da sind so voll viele aus dem Lock, Stock and Barrel Cast, die jetzt hier auch mitmachen. Ja, wie viele? Also ich glaube drei oder? Also in den Hauptrollen nicht. Nee, aber vier sind es auf jeden Fall, ja. Jason Fleming war auch schon bei Bube Damme Königgras dabei. Aber Jason Fleming spielt er hier mit? Ja. Wen spielt er denn hier? Weiß ich nicht, ist hier in dem Cast gerade. Okay. Bin ich bei Andy, ich bin bei Letterboxd, aber Jason Fleming ist wohl auch dabei. Ja, ist ja auch egal, aber er hat auf jeden Fall ein paar Stammschauspieler mitgegeben. Ja, ja, klar. Meine ich ja, also vor allem eben die Leute, die halt mit Lock, Stock and Two Smoking Barrels rausgekommen sind. Naja, aber eben neben denen sind es halt jetzt schon noch ein paar sehr prominente Menschen. Ich glaube, Dennis Farina habe ich jetzt schon erwähnt. Bricktop wird von Alan Ford gespielt, auf jeden Fall auch erwähnenswert. Die Mutter von Mickey O'Neill, die heißt Sirica Cusack. Und kommt aus einer Schauspielerfamilie und gerade ihre Schwester hatten wir hier schon öfters. Das ist nämlich Sinet Cusack. Ja, und sie ist hier die Schwester. Lenny James, den man vom Namen her wahrscheinlich nicht kennt, aber das ist Morgan in Walking Dead. Und das hatte ich halt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, Alter. Weil es gibt doch diese eine Gruppierung, die habe ich jetzt noch nicht erwähnt, weil die werden dann nämlich von den Russen, ich meinte vorhin, die müssen eine dritte Partei beauftragen und die gehen dann eben zu drei Jungs. Das sind so, der eine hat eigentlich so eine Art Thriftshop und die anderen sind halt so Hobbygangster. Und die drei werden dann gelockt mit einer sehr hohen Summe Geld, dass sie eben bei Bricktop ins Wettbüro einmarschieren und da diesen Diamanten rausholen. Das Ding ist, die stellen sich maximal bescheuert an. Hat viel damit zu tun, dass die Pikes, die drücken jedem, den sie irgendwas verkaufen, gleichzeitig noch einen Hund mit auf. Das ist halt auch immer so der Running Gag. Das ist egal, was sie verkaufen, kriegst du einen Hund mit dazu. Und so Mickey immer so, you don't like Dax? Dax? Tommy so, Dax? Oh, Dogs. Ja, herrlich. Und dadurch hat dann eben einer von diesen Hobbygangstern auch einen Hund an der Backe, der aber auch noch eine recht große Rolle spielt. Der verschluckt ab einem gewissen Zeitpunkt dann so ein Quietsche-Spielzeug und es quietscht dann eben beim Atmen die ganze Zeit. Und die marschieren dann ins Wettbüro ein und da geht halt so alles schief. Und die Sequenz ist schon auch mit das Lustigste, finde ich. Und das Schöne ist, die haben sich an diesen Pannenshows orientiert. Also weißt du, es gab doch früher diese Shows, wo halt dann irgendwelche Pannenvideos gezeigt werden. Und es gibt eben gerade von so Überwachungskameras aus irgendwelchen Juwelierläden und so. Kennst du auch, ne? Einbrüche, die schief gehen. Einbrüche, die schief gehen. Und da haben die halt so die Highlights. Echte mitverbracht in diesem Revital. Ja, siehste. Und die Highlights davon haben die hier halt eingebaut. Also alles, was hier schief geht, ist halt so in Real Life mal irgendwo passiert. Ach, geil. Und es ist halt so lustig mit diesem Sicherheitsding, was runtergeht und dann die Sicherheitstüren, die sich verschließen und wie sie es nicht blicken. Und wie die Tante denen dann die Waffe abnimmt und so. Das ist alles so lustig. Unfassbar, Matheur. Ey, wirklich so unfassbare Vollidioten. Und ey, wie es ihn erstmal beim Abdrücken von der Waffe ans andere Raumende ballert. Es ist so herrlich. Ja. Ach ja, Saul, Vincent und Tyrone heißen die drei. Und das ist, wie gesagt, eine recht lustige Sequenz. Ja, und das ist eben alles schön miteinander verwoben. Es ist ganz viel passiert gleichzeitig. Und das eben alles auch versetzt mit, also so wie es geschnitten ist mit Look und Feel und der Musik dazu, ist schon ein bisschen so die britische Tarantino-Variante. Ja, der Vergleich ist schon schlecht. Haben, glaube ich, auch viele damals genauso aufgefasst, weil das eben auch mit dem Blut, was hier fließt, irgendwo vergleichbar ist. Wobei, also spannend hier, dass sämtliche Leute, die umkommen, das meiste davon passiert offscreen. Aber auch hier wieder, so wie es inszeniert ist, hast du nicht das Gefühl, dass du viel verpasst hast, weil es trotzdem irgendwie ankommt. Aber ja, also ich glaube, der Film steht und fällt mit den absurden Figuren, die hier geschrieben wurden. Und die machen schon immer noch eine Menge Spaß. Also Dennis Farina ist so eine Eins, Alter. Aber ey, auch Alan Ford als Bricktop macht es sensationell. Also was er da immer für Sprüche raushaut. Und es ist schon spannend, also weil gerade für die Rollen... Der war auch schon bei Lockstock, bei Revit, aber stimmt. Alan Ford. Alan Ford, stimmt, ja, genau. Der hat ja dieses Kartenspiel. Ja, ja, mhm. Naja, und gerade spannend bei der Figur Bricktop. Wusstest du übrigens, wofür Bricktop steht? Nee. Ist eigentlich total logisch. Ist halt ein anderer Slang-Ausdruck für Ginger. Sind halt Leute, die rote Haare haben. Ah. Ne, also wie in den USA gerne Carrot Top. Ja, ja, genau. Ist in Großbritannien Bricktop. Ja, ist logisch. Und damit suggerieren die halt, dass er immer rote Haare hat. Ja, und gerade diese Figur haben die ursprünglich Sean Connery angeboten. Oh, okay. So, jetzt ist es aber nicht so wie sonst gelaufen. Hat er weiter verstanden? Er hat verstanden, worum sie geht. Schon mal gut. So lustig. Aber ich habe auch, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ach, okay, hat das nicht kapiert. Ne, also er mochte das Drehbuch und war dann sehr gespannt, Lockstock and Two Smoking Barrels zu sehen. Dann haben die ein Screening für ihn organisiert. Also Matthew Warren hat dann eben ganz schnell da ein Screening für Sir Connery organisiert. Und der hat sich das angeguckt und hat dann gesagt, okay, ist ein guter Film, aber ihr werdet euch mich nicht leisten können. Ah. Und hat so halt abgesagt. Und dann kam Alan Ford ins Spiel, ja. Wäre es auch gewesen, oder? Hier nochmal Sean Connery. Aber ich meine, Alan Ford funktioniert super in der Rolle. Ja, der macht das. Das ist eine herrlich ätzende Figur. Ja, aber sowieso ist, also Besetzung macht hier natürlich echt eine Menge Spaß und ist schon auch lustig, wenn du überlegst, in welche Richtung das bei Jason Statham gegangen ist. Und gemessen daran, wie wenig er hier actionmäßig zum Einsatz kommt. Also der boxt sich hier mit niemandem, der verteilt gar nichts, kassiert nichts und so. Der ist eigentlich immer nur statisch in Dialoge verwickelt. Ja, das stimmt schon. Aber es ist sehr untypisch für seinen Verlauf der Karriere. Es ist ja echt schnell dann wieder umgebogen in die Transporters-Ecke und so, weißt du? Und dann war er sofort in dieser Action. Ja, eben. In diesem Action-Genre groß. Mit Wohlhaber König Gras und Snatch hat er eigentlich anders angefangen. Stimmt schon. Ja, eben. Finde ich schon abgefahren. Also, weil hier gibt es definitiv andere Leute, die gut zum Einsatz kommen. Also gerade Finney Jones. Das ist halt auch so geil, ne? Die Desert Eagle ist auch sehr markant aus dem Film, weil Daniel halt immer... Naja, und seine Figur ist ja so, wie sie etabliert wird, ist er ja so der 50 Cent hier, ne? Der hat irgendwie sechs Kugeln eingesteckt. Und dann den Typ, der sechsmal auf ihn geschossen hat, noch selber umgebracht. Und ja, eine der Kugeln eben auch mit dem Mund aufgefangen. Deswegen Bullet Tooth. Tony. Ja, er ist herrlich. Gute Charaktere. Jetzt hast du unseren Mann aus Serbien unterschlagen hier in Hollywood. Unser Mann in Hollywood. Gerade ist der Belgier, den ich ja international auch sehr, sehr mag. Und der echt einen guten Spagat macht, weil der in Serbien sehr, sehr viel dreht. Und da so Jugo-Filme praktisch rausbringt. Aber dann in Hollywood auch so bei Batman Begins mitgespielt hat. Bei Mission Impossible war er dabei. Und ich sehe den auch immer wieder so in Hollywood-Filmen. Ich glaube, bei Ice White Shot war er, hat er auch eine Rolle gespielt und so. Und schon ist schon auch ein guter. Und war schon bei Emil Kusturica und so, hat er in seinen Filmen schon gespielt und so. Und ist auch eine markante Fresse, den mag ich auch sehr gerne. Ja, ja, und seine Figur ist auch so ein kleines Highlight. Ist er nicht auch in diesem Ziegotrumpen bei? Das weiß ich gar nicht, wen er da spielt bei Snatch. Wie? Na, war der nicht um Brad Pitt da? Wen spielt der denn da? Also nicht, dass ich es jetzt verwechsle, aber er ist doch Boris, oder nicht? Er ist bei Snatch. Er ist doch Boris the Blade. Ja, Boris the Blade, ja, stimmt. Genau, und er ist ja auch seine Figur, ist auch so die Einzige, von der wir noch einen zweiten Spitznamen erfahren, weil Bullet Tooth Tony irgendwann so, als er von Boris hört, also Boris the Bullet Dodger Boris, dieser zweite Spitznamen kommt halt mit an einer Szene halt auch so geil zum Einsatz, Alter. Das ist so schön, ja. Ja, klar, nee, er ist ein super Typ, auf jeden Fall. Cool. Schön auch, dass er nicht wie so andere Leute irgendwie so ein Messer rausholt aus seiner Gürteltasche, sondern einfach so einen riesen Metzgerbeil dabei hat. Stimmt, ja. Aber das war ja auch bei Lock, Stock and Two Smoking Barrels, gab es doch auch so einen, der zum, zum, warte, ich überlege gerade, er hat da nicht mitgespielt, ne? Ich glaube nicht, ne? Oh, das ist noch länger, ja, das ich immer gesehen habe, das muss ich auch mal wieder machen. Naja, das sind schon geile Filme. Ja, aber das ist schon abgefahren, oder? Dass so die ersten beiden Filme irgendwie so eine ganz eigene Tolerität hat und dann, also ich meine, hier hat Guy Ritchie ja Madonna schon gedatet, deswegen konnten die ja auch tatsächlich einen ihrer Songs, haben sie ein bisschen günstiger, bekommen, der hier zweifach zum Einsatz kommt. Ah, ja. Hatte damit zu tun, aber wo das dann hinführte, das haben wir ja in einer der letzten Episoden besprochen. Ja, gut, wir können erwähnen, dass er, glaube ich, nach diesem unsäglichen Swept Away, kam ja Rock'n'Roller, der so ein bisschen noch in der Spur gefahren ist. Der war nicht ganz so gut wie Snatch und Grube Dame-König-Gras, aber es war schon noch ein klassischer Guy Ritchie. Da war ja Tobi Kebel und so noch dabei, ja, so ein paar neue Leute. Ja, das war nämlich das erste Mal, dass ich Tobi Kebel gesehen habe. Ja, kannst du recht haben. Auf jeden Fall ein früherer Film mit ihm. Und auch wieder ein paar Leute, die du schon aus den anderen beiden Filmen kanntest. Ja. Also gerade so Stephen Graham und Jason Fleming und so eine Leute tauchten ja immer wieder in seinen Filmen auf. Ja, und der mit Stephen Graham ist das wieder hier der Klassiker, ne? Der ist nur in dem Film gelandet, weil er eigentlich einen Freund zum Casting begleitet hat. Ach krass. Und dann hat Guy Ritchie ihm Saiten in die Hand gedrückt, weil er davon ausgegangen ist, dass er der Nächste ist. Der hat aber nur draußen gewartet auf seinen Freund, der halt im Casting war, so und kommt der Freund raus und Guy Ritchie geht hin, so hier, du bist Nächste. Drückt ihm die Saiten in die Hand und er so, ja, okay, ich brauche einen Moment, um mich vorzubereiten. Und Stephen Graham ist wohl, hat wohl Leseschwierigkeiten. Ach echt? Ja. Okay. Und dann hat Guy Ritchie gefragt, ob er improvisieren könnte. Und er so, ja klar, mach ich. Und so ist der an den Posten gekommen. Okay, wie cool. Also der sollte ursprünglich gar nicht gecastet werden. Das hört man ja oft sowas, ne? Das ist natürlich wieder der Klassiker. Wusstest du, dass er auch volle Hip-Hop hättest? Dass er so mit 90er Hip-Hop groß geworden ist, Stephen Graham und so. Und dass das so seine Lieblingsmusik kriegt. Ja, das ist seine Welt. Okay, ja geil. Wu-Tang und Co. Fett. Liebter. Voll gut. Ja, und wenn wir schon mal dabei sind, der Einsatz von Musik ist natürlich genial. In den Guy Ritchie Filmen. Also ich weiß bis heute, dass da Golden Brown läuft, weißt du, als er diesem einen Typen mit einem Schlag halt knock out. Und dann siehst du diesen Zeitluppen, wie er halt umfällt, wie so ein Brett. Das ist halt so geil, das ist so ikonisch. Ne, das ist ein anderer Fight. Das ist ein anderer Fight. Also der Shot, weil den Shot hab ich auch, werd ich nie vergessen. Der ist am Ende. Ja. In seinem letzten Kampf von Mickey. War das in so einer Scheune, oder? Oder war das alles in der Scheune? Ne, in der Scheune, das ist der Erste. Okay. Das meine ich. Dann ist jetzt ein bisschen das Durcheinanderwürfel. Tust du. Weil der Shot, wo wir dann in Slowmotion ihn waagerecht in der Luft sehen. Ja, genau. Und er dann ja auch ins Wasser fällt und so. Das ist im letzten Kampf. Ach, das ist der letzte Kampf. Das ist dann, da sind ja alle anwesend, Bricktop und so, das ist im Boxring. Und der Erste Kampf gegen Gorges George, wo er ihn mit einem Schlag ausknockt, das ist das Ding in der Scheune. Ah, okay. Da wirft ihn Gorges George erst so ein bisschen in der Gegend rum und dann kommt halt einmal der Schlag zurück und dann ist das Thema durch. Und ich glaube, das Golden Browning ist eben am Ende in dem, ja, das ist auch das Lied, weil da ist so ein bisschen, wird ja viel aufgedeckt und so. Und das ist unter der ganzen Montage läuft der Song, ja. Ah ja, okay. Ja, es ist für mich auch der klassische letzte Move, wo sich Brad Pitt halt rehabilitiert hat für mich so. Und nachdem er so der Posterboy der 90er war und der mir übelst auf den Sack ging, weil alle Frauen gesagt haben, wie toll der ist. Genauso wie DiCaprio. Und dann kam 7, wo ich ihn schon ganz cool fand, dann kam Fight Club und dann kam halt Snatch, wo er hinter den Wohnwagen geschissen hat und ich gesagt habe, okay, spätestens hier, er ist cool. Naja, also das war ja so ein Ding, das war ja direkt nach Fight Club und als er dann eben auf Eigeninitiative diese Rolle bekommen hat, war er erst so ein bisschen abgeturnt, weil er halt eigentlich nicht direkt nach Fight Club nochmal einen Boxer spielen wollte. Ja, aber nachdem der dann eben, also die Figur funktioniert ja fast zu 100% über diese absurde Sprache. Total, ja. Und natürlich, klar, weil er halt, also er ist ja immer noch der gestählte Körper aus Fight Club, der ist natürlich noch da, dann halt zutätowiert. Also die Figur ist natürlich schon auf dem Papier richtig geil. Mega. So wird von niemandem verstanden, knockt aber jeden mit einem Schlag aus, steckt alles ein, ohne wirklich umzufallen, also klar. Das ist eine fette Rolle. Absolut. Ja, cool. Ja, das ist Snatch und das hat dann auch tatsächlich finanziell sehr gut funktioniert, weil aus diesen 6 Millionen Pfund sind fast 84 Millionen Dollar geworden. Nice. Das hat geklappt. Hätte man sich eventuell doch schon Connery leisten können, wenn man das gewusst hätte. Im Nachhinein bestimmt, ja. Und vor allem hätte man dann irgendwie einen anderen nächsten Film machen können, weil da komme ich halt immer noch nicht drauf klar, was den geritten hat, dann zwei Jahre später Swept Away zu machen. Ja, Markus kam auch mit gesenktem Kopf diesen Monat an mit seinen Auftragsfilmen, hat sich schon fast entschuldigt und meinte, dass er damals so gefrustet war, dass wir nie seine Lose gezogen haben. Dass er gesagt hat, so, jetzt nehmt den hier als Strafe, ihr zieht den sowieso nicht und jetzt tat ihm das so leid, dass wir ausgerechnet den da rausgepickt haben, dass er gesagt hat, okay, komm, dafür werde ich jetzt Blood In Blood Out als Auftragsfilm für den nächsten Monat auf. Nice, okay. Das müsste dann eine Entschuldigung genug sein und hat dann auch einen geilen Losfilm reingeworfen, ich glaube hier, Die Glücksritter. Ah, okay. Und da hat er gesagt, ich hoffe, wir sind wieder Freunde und so, also, alles cool. Grüße nach Kölle. Ja, geil. Ah, nice, ja, Blood In Blood Out. Also gut, ist auch so drei Stunden Epos. Das ist aber auch ein geile Teil von dir so hintereinander weg, ey. Ja. Dass du einmal den Beschissensten ziehst und dann auch einen der Geilsten, ey. Stimmt, ja. Ja, und Alexey, Grüße, das war tatsächlich einer unserer ersten Supporter der ersten Stunde. Insofern arbeitet er in Dubai, glaube ich, mittlerweile und hat uns eingeladen. Ach. Insofern wäre cool, wenn wir den Kerl mal besuchen. Ja, ich war schon mal in Dubai, ist nicht meins. Nee, aber, aber. Können wir ja dann mal gerne, können wir gerne mal besuchen da, also, auch wenn Dubai nicht deins ist. Wir fahren ja wegen ihm da hin. Ja. Okay, Lee kommt nicht mit. Du warst ja noch nicht in Dubai, ne? Nee, ich war noch nicht da. Zieh dir das mal rein. Mhm. Gucken wir mal, schöne Grüße da hin. Und wenn du wieder in Town bist, kannst du dich natürlich melden. Ja, und vor allem stammt das ja auch noch aus einer Zeit, als noch nicht allzu viel im Lostopf war und da hat das eben noch funktioniert, solche Filme da reinzuschmeißen, weil jetzt sind wir ja eben an dem Punkt, dass halt voll oft irgendwelche Gäste sagen, ja, das wäre ein geiler Film, den hattet ihr noch nicht und so. Und dann sind die aber eben alle im Lustopf, wie eben auch Snatch. Übrigens, auf Deutsch, Snatch, Schweine und Diamanten. Das stimmt, ja. Das weißt du, ja? Obwohl da... Nee, ich hab's gelesen hier gerade. Ach so. Schweine und Diamanten. Okay. Das ist zwar kein Bindestrich, sondern ein Doppelpunkt. Ja, gut. Hast du Schweine und Diamanten gesehen? Wer sagt das? Ja, eben. Niemand. Ja. Ja, sollte ursprünglich Snatched heißen. Mhm. Haben sie dann aber gezielt umbetitelt, um da noch so ein bisschen Wortspiel mit reinzubringen. Und das ist natürlich Rated R, geht eine Stunde 42 und ist in den IMDb Top 250 auf Platz 121. Uiuiui. Also auch mal wieder was aus dieser Liste hier reingebracht. Mhm. Jetzt kann ich Punkte nennen. Ja, mach das. 8,2 auf IMDb. Metascore, Alter, halte ich fest, 55. Was? Das ist schon krass wenig, ne? Skandalös, ja. Ja. Letterboxd dagegen 4,0. Da gibt's dann also doch den ein oder anderen Fan. Und jetzt darf Guess raten. Hier ist übrigens Jason Fleming im Bild, sehe ich gerade. Der war im Trupp. Ach so, das war, ach okay, er ist hier einer der Brüder. Okay. Der war einer von den Brüdern von Mickey, ja. Wobei, nee, Cousins sind das, weil Mickey ist der einzige Sohn, wie zumindest die Mutter sagt. Ah ja. Naja, ja, der Paiky-Trupp, Alter. So gut. So geil auch, wie sie diese Wohnwagenbroschüre dabei haben, Alter. Da hab ich mich richtig kaputt gelacht, wo er ankommt mit so. Ja, und hier, sie will Purwinkle Blue, ist auch so immer das Ding. Und dann ist es übrigens in den True Effects, dass das, diese Farbenbezeichnung Purwinkle Blue, dass das wohl aus Psycho stammt. Echt? Ja, weil Norman Bates, glaube ich, oder das Auto der Mutter oder so ist Purwinkle Blue. Also diese Farbenbezeichnung fällt in Psycho. Alter, da muss man erstmal drauf gucken. Ja, ja, also klar, wer hat das auf dem Schirm. Aber fand ich halt so geil, dass die dann eben immer, also die werden ja eh so da reingeworfen und plötzlich schulden sie dem Wohnwagen. Und dann kommt der an und sagt, ja hier, aber irgendwie die und die Ausstattung und die und die Farbe. Und dann hat da einfach, kommt der Cousin und zieht die Broschüre aus der Jackentasche und hat sie einfach dabei, Alter. Wie Loriot mit seinen Farbpaletten. Ja, und ne Scheiße. Geil. Alter, wie geil sind die denn drauf, ey, laufen mit dieser scheiß Wohnwagenbroschüre rum. Ja, Alter, wie gut. Ja, ja, also der ist schon immer noch sehr witzig. Ja, ich muss hier ein bisschen, also von mir ist das eine klare 10, schicke ich schon mal vorweg. Und ich muss jetzt ein bisschen bei dir, weiß ich nicht, taktieren. Ich glaube, dass der bei dir auch hoch in der Gunze ist, aber. 10 Punkte von Gästen. Ja, ja, auf jeden Fall. Die Frage ist, ob das bei dir auch eine 10 ist. Für mich ist das eine klare 10, also ohne Scheiß. Klare 10? Deswegen überlege ich gerade, ein bisschen pengi-pengi und ein bisschen witzig-witzig und ein bisschen halt lustig-verwickli. Das ist er wohl, ja. Ich sag 9. Ich bin auch bei 10, weil das ist für mich auch... Ich wollte 9,5 sagen aus diplomatischen Gründen, Alter, was? Das ist für mich halt auch eine ganz klare 10, Alter. Nein. Na klar ist das eine 10. Yes, wir klingeln. Ah, wir klingeln. Ja, du, dank Herbers hast du so viel Vorsprung, das ist alles noch drin. Brüderchen, Brüderchen, du bist gar nicht so schlecht. Da muss ich den hier drücken, wenn er dem 10 gibt, ist das... Ja, natürlich ist das eine 10, Alter. Ja, der macht immer noch so viel Spaß und da ist wahrscheinlich auch verdammt viel Nostalgie mit drin. Aber, also was soll der Geiz? Klar sind das 10. Also wenn er eine Ahnung hat, dann wird er heute zum ersten Mal diesen Film sehen und würde ihn trotzdem geil finden. Also, schauen wir mal. Der ist, glaube ich, das ist, glaube ich, einer von denen, die, das ist keine Frage vom Jager. Ja, weiß ich, wäre mal ein interessantes Experiment. Experiment gleich. Naja, ist es doch. Also, wir müssen ja erstmal jemanden finden, der Filmaffin ist und diesen Film noch nicht gesehen hat. Wir hätten wohl auf der Straße jemanden aufgabeln können, wenn wir den Film hier vorsetzen können. Ja, probieren wir mal. Ja, hat es ja weggeschickt. Unsere erste Testperson, die wir, der was nett zeigen konnten. Du bist... Stop going. Stop going. Das ist auch so lustig, dass du erst so interessiert an der Lady bist, als ich zu dir meinte, so, die war gar nicht unattraktiv. Nee, wenn da ein dicker Junge stehen würde, würde ich sagen, hätte sie das Experiment genauso machen können. So ein Quatsch. Auf jeden Fall. Du hast gehört, dass das eine nette Lady war und dann kam das alles. Ich habe überhaupt nicht nach der Optik gefragt, als du gesagt hast, die war attraktiv. Das war überhaupt nicht meine Frage, ob die attraktiv war. Ich wollte nur wissen, wie man Kinder retten kann. So ein Quatsch. Ja, ist so. Ja, aber was sind denn die schon wieder für Nazi-Methoden? Also echt, ey. Nazi-Methoden. Ja, ja. Da sind Nazi-Methoden da. So. Wir haben noch einen. Yes, wir haben noch einen. Für Dennis den Dritten, seinen offiziellen Auftragsfern für diesen Monat. Ach, von dem stammt der? Ja, von dem. Direkter Nachbar von Azubi, Dennis. Ja. Und scheint da was im Wasser zu sein, dass die alle Dennis heißen. Scheint so, ja. Ja. Vielleicht ist das so ähnlich wie bei mir in der Straße, weil mein Vorname kommt ja auch daher, dass der Freundeskreis von meinem Vater in der Straße gewohnt hat, die so benannt worden ist. Und alle Jungs, die da rausgeworden sind, wurden getauft. Also ich habe in meinem Jahrgang eine Menge Kumpels rund um die Erdkugel, die genauso heißen. Weil die Straße dort so hieß. Ja. Da kannst du mal froh sein, dass die nicht anders hieß, oder? Kaiser Wilhelm. Straße. Genau. Zum Glück wurde ich nicht Kaiser Wilhelm getauft. Naja. Da könnte ja auch ganz anders laufen. Ja gut, wir sind dann, wir sind irgendwann in die Osloer Straße gezogen. Also wenn ich da dann groß geworden wäre, würde ich Oslo heißen. Oslo. Das wäre auch schon wieder cool. Ne, ist anders gelaufen. Okay. So, All That Jazz aus dem Jahr 1979, Hinter dem Rampenlicht auf Deutsch. Ja. Den Titel habe ich halt auch noch nie gehört. Ne, ich auch nicht. Und das, obwohl es ein alter Film ist, wo man ja sonst eher so die deutschen Titel parat hat. Ja, ne, All That Jazz sagt mir natürlich was. Hinter dem Rampenlicht nicht. War für uns beide eine Erstsichtung? Ja. Nachdem du ja neulich erstmal, oder irgendwann jetzt in diesen fünf Jahren, Kabarett hattest. Was auch schon eine Erstsichtung war, richtig. Den kenne ich nämlich auch noch nicht. Na, und das ist ein Oscar-Gewinner. Und jetzt müssen wir raten. Ach, auch hier, also gut, es ist ja eh schon gelaufen hier, aber ich habe auch hier wieder mit mir gehadert. Was deine, dich und deine Punkte angeht. Einer der Filme, wo ich sehr gespannt bin, wie du, auf was du mich tippst. Mhm. Ich sage 8. Das ist jetzt aber, glaube ich, auch so ein bisschen kalkuliert, was so die Abweichung angeht. Mhm. Ja. Ich tippe dich mal vorsichtig auf 8. Ich tippe dich auf eine 9, habe ich hier zu stehen. Mhm. Unabhängig vom Punktestand. Okay. Ist notiert. Alright. Dann sprechen wir über All That Jazz. Ja. Bob Fosse war Regisseur. Mhm. Du hattest eben von ihm schon Cabaret. Ich möchte unbedingt Lenny sehen. Oh, den habe ich auch auf der Agenda, da kann ich dir Bescheid geben. Ja, mach mal. Den gucke ich tatsächlich irgendwie. Ach, ist der schon wieder auf irgendeiner Liste bei dir? Der ist sowieso schon lange auf der Liste, aber der ist in erster Linie auf meiner Badewanne-Liste. Deswegen meine ich ja. Warum willst du den denn in der Badewanne gucken, Alter? Das ist Lenny halt. Das ist ein... Der spielt Dustin Hoffman. Ich weiß, worum es da geht. Deswegen will ich ihn ja sehen. Aber es ist ja kein... Ich gucke nicht Die Hard in der Badewanne. Ich gucke Lenny. Naja, gut. Ich schlafe ja da nicht dabei. Guckst du denn John Cassavetes Filme auch in der Badewanne? Kommt drauf an, aber ja. Hm, naja, das würde ich nicht machen. Witzig. Das ist für mich nicht die Sorte Film. Na klar, klingt das. Ich kenne sie in der Badewanne nicht. Okay. Gut. Nein, aber das interessiert mich vor allem, weil ja Lenny Bruce bei Marvelous is Maisel auch schon ziemlich geil dargestellt wurde. Und ich den Typ sowieso spannend finde, weil so wie der Comedy gemacht hat zu der Zeit... War schon bossy. Alter, Alter. Aber mal so richtig, hey. Der war ja schon ein harter Rebell für seine Zeit. Und den finde ich als Typ sehr spannend. Und bin sehr gespannt drauf, wie Dustin Hoffman den gespielt hat. Ja, dann lass uns da mal ein bisschen absprechen. Ja. Das können wir gerne machen. Ja, so. Und Bob Fossi hat das also inszeniert. Auch geschrieben. Zusammen mit Robert Allen Arthur. Hm. Der Arthur von Grand Prix unter anderem. Ja, der hat vieles geschrieben. Wie hieß denn dieser Brando-Film? Den hattest... Hattest du den hier mal? Irgendwas mit Dolls. Shit. Weiß ich nicht mehr. Der war doch auch von ihm. Guys and Dolls. Ja, Mann. Guys and Dolls. Genau. Der ist auch von ihm. Ah ja, okay. Ja. Immer wieder Musical. Musical-Content. Mhm. Na und dieser Film hat halt einfach neun Nominierungen gehabt bei den Oscars. Vier davon gewonnen. Ja. Darunter bester Film, Art Direction, Kostüm und Schnitt. Gott. Was? Nee, da hast du dich verhauen, Alter. Okay. Bester Film? War er nun nominiert, aber nicht gewonnen. Wirklich? Ja. Also gewonnen hat er für Kostüme, für Sets, für Schnitt und für Score. Und leer ausgegangen ist er in Sachen... Sagst du jetzt, ist Sets bei dir... Ja, Art Direction. Art Direction, ja. Ja, gut. Dann hab ich ja zumindest mal 3 von den 4 richtig genannt. Gut, ja. Aber leer ausgegangen ist an Sachen bester Film. Leer ausgegangen ist Roy Scheider als Hauptrolle. Leer ausgegangen ist Regie, Drehbuch und Kamera. Mhm. Aber auf jeden Fall fett im Rennen, ja. Ja. Was sagst du zu den Preisen? Also war das für dich, welcher von den Preisen geht klar, welcher nicht? Alle gehen klar. Ja? Ja. Das ist für mich... Also wenn wir diesen Film gesehen hätten und ich hätte gedacht... Ich hätte gesehen, der wäre nicht für einen Oscar nominiert worden, hätte ich gesagt, das kann ich null nachvollziehen. Das ist für mich auf jeden Fall ein krasser Oscar-Film. Und dass der in diesem Jahr so krass in dem Rennen war, das macht für mich großen Sinn. Mhm. In allen Departments. Ja, also den, den ich am meisten nachvollziehen kann, ist Schnitt. Mhm. Der Film ist sensationell geschnitten. Auf jeden Fall. Ja. Dann hat er auch noch... Wobei, fuck, hat er jetzt gewonnen oder war er nur nominiert? Auf jeden Fall in Cannes. Doch. Er hat die Palme d'Or gewonnen. Ah, cool. Zusammen, also hier unentschieden mit Kagemusha, The Shadow Warrior, den ich auch nicht kenne. Mhm. Aber schon mal nicht so schlecht, was die Preisverleihung angeht. Aber ja, es ist inhaltlich halt eh, bietet sich sehr an. Aber das finde ich sowieso spannend, was das hier für eine Meta-Ebene hat. So nach dem Motto, wenn die anderen kein gutes Biopic über mich machen, dann mache ich es halt selbst. Einer von denen. Und das ist schon beeindruckend irgendwo, das so zu bringen. Also, dass du deinen eigenen Abgesang als Biopic inszenierst oder so dein Sterben fast schon irgendwie als Biopic inszenierst. Das finde ich irgendwie eine krasse Ranggehensweise. Mhm. Hammermutig. Und irgendwo, finde ich, müsste man das gar nicht wissen, um den Film, also um das in dem Film zu spüren. Weil ich finde, wenn du den guckst, das ist so offensichtlich, dass da wahnsinnig viel vom Regisseur mit drin steckt. Der wirkt sehr persönlich, ja. Ja, weil ich habe mir das währenddessen schon gedacht, ohne es vorher zu wissen. Und ich hatte es auch nicht gelesen, aber das war währenddessen schon so klar, dass das ganz krass nah an seinem Leben ist. Und ich meine, das mit Lenny wusste ich ja. Und selbst das ist ja hier irgendwo mit eingearbeitet worden. Und das schon, finde ich, irgendwo ziemlich abgefahren, dass das so eine sehr große Meta-Ebene hat. Weil Bob Fosse wird hier als, also es gibt eine Art Avatar namens Joe Gideon. Und das ist unsere Hauptfigur. Und der ist Broadway-Regisseur, Choreograf und Filmemacher. Im Grunde halt Bob Fosse. Gespielt von Roy Scheider. Mhm. Da gab es ein bisschen Widerspruch von den Studios. Also Bob Fosse hat sich stark gemacht für Roy Scheider. Mhm. Dass das überhaupt geworden ist, weil, ja. Warren Beatty oder so. Die wollten alle möglichen Leute haben, aber nicht ihn, ja. Warren Beatty, finde ich auch so geil. Wollte es nur machen, wenn er am Ende nicht stirbt. Ja. Spoiler. Naja, also kann ja auch andere Gründe gehabt haben, warum es nicht geworden ist. Also ich finde es sowieso spannend, ne. Weil, wenn du dir ihn mal auf Bildern anguckst. Ich finde ja, dass die für die Serie mit Sam Brockwell so eine sensationelle Besetzung gelandet haben, was die Optik angeht. Und trotzdem aber auch auf manchen Bildern sehe ich auch, warum er bei Roy Scheider gelandet ist. Mhm. Also. Ich muss ihn mal ganz kurz unterbrechen. Classic Dave steht vor der Tür. Wollen wir ihn aufmachen? Soll ich den mal aufmachen? Oder wollen wir ihn unten stehen lassen, solange wir ihn auch aufnehmen? Nö, nö. Er kann ruhig halten. Ich mach ihn mal auf. Ja, klar. Ja, weil Classic Dave ist involviert in unseren Geburtstagsspaß. Und wir haben ja noch nicht verraten, worum es da geht, aber das machen wir dann demnächst. Ja, er schreibt mir gerade, er steht unten und ob wir noch aufnehmen, ob er warten soll. Aber er hat nicht geklingelt, ne? Doch, hat er. Ach so. Gar nicht gehört. Ich hab mir eingebildet, ob ich irgendwas gehört habe und dachte, es könnte sein, dass er es war. Aber jetzt hat er mir auch noch geschrieben. Ist das wie sonst? Höre ich ein Klingeln in meinem Kopf? Mhm. Ja. Okay. Ist er zu früh oder sind wir zu spät? Er ist genau richtig. Aber wie haben wir gesagt, er kann ruhig reinplatzen. Ja. Nö. So, und jetzt warten wir drauf, bis er hier ist. Nö, nö, mach weiter. Okay, und der Film steigt damit ein, dass er gerade dabei ist, Leute zu casten für seine neueste Broadway-Show. Wird das ein Verkaufsgespräch? Sind Sie ein Verkäufer? Gehen Sie weg? Sollen wir Kinder retten? Hi Dave. Hallo, wie geht's euch? Hier ist Classic Dave. An alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Classic Dave. Classic Dave komplett aus der Post. Ist den zweiten Stock gelaufen. So viel Sport hat er schon ewig nicht getrieben. Richtig durch. Siehst du, da sind wir wieder bei der Kondition. Ja. Ja, hier, schnapp den Stuhl. Mikro haben wir nicht, aber den Stuhl kannst du haben. Ja, wir sind aber, wir sind bald mal durch. Wir sind in den Einzügen. Ja. Also, er ist dabei, die Truppe für seine neueste Broadway-Show zu casten und da auch schon Tanznummern zu inszenieren und das sehen wir in einer Montage. Und wichtig dabei, diese Show, die inszeniert werden soll, das ist im Endeffekt so ein Prestigeprojekt für seine Ex-Frau Audrey Paris. Die wird dann nämlich eine der Hauptrollen spielen. Die Rolle ist eigentlich um einiges jünger als die Frau, die sie dann spielt, aber eben es ist so eine Art Prestigeprojekt. Und parallel dazu wird er auch immer wieder im Schnitt gezeigt, weil er eben gerade einen Film abgedreht hat oder eben leider nicht gerade, sondern ein Schnittprozess. Zieht sich schon eine ganze Weile, wie wir dann auch von Max Wright erfahren, dass sich das unnötig lange zieht und er halt wahnsinnig übers Budget gegangen ist. Irgendwie sollte vier Monate geschneidet werden. Er ist jetzt schon im siebten, nachdem er dann irgendwie schon das Budget jetzt um zwei Millionen überzogen hat. Also, das läuft alles nicht so, aber wir sehen eben, er ist wahnsinnig in seiner Arbeit vertieft. Und das Ganze wird auch immer wieder demonstriert durch eine Routine, die er jeden Morgen fährt, die immer gleich aussieht. Er wacht auf, pfeift sich erstmal irgendwie ein paar Aspirin und andere Tabletten rein, stellt sich vor den Spiegel und sagt, it's showtime, folks. Ja. Habe ich mir ausgeliehen von ihm, aber gesehen hatte ich noch nicht. Okay. Ja, den Film, den er schneidet, das ist eben auch hier angelehnt an Bob Fosse's wahres Schaffen. Es geht allerdings nicht um Lenny Bruce, sondern hier heißt der Komiker Davis Newman. Und so haben wir dann auch schnell erfahren, dass sein berufliches und sein privates Leben so eng miteinander verwoben sind. Vor allem, weil er halt auch es sich irgendwie nicht nehmen lässt, mit Leuten aus dem Cast immer wieder zu schlafen. Er ist sowieso chronischer Frauenheld, tanzt mit sämtlichen Tänzerinnen und hat parallel eigentlich noch eine Beziehung. Weil, also die Ehe damals ist ja auch schon übrig gegangen, weil er halt immer wieder fremd gegangen ist. Die Tochter, die dabei entstanden ist, die hat das auch schon mitbekommen, weil die jetzt in einem Teenager-Alter ist. Und es eben den Kontakt zur Ex-Frau gibt, erst recht, weil die ja bei der Show mittanzt. Naja, diese, wir sehen schon zu Beginn immer wieder auch in Zwischenschnitten ihn in einem Dialog mit einer Figur namens Angelique. Und die wird von Jessica Lange gespielt und im Verlauf des Films erfahren wir dann auch, was es mit der auf sich hat. Aber das wirkt im ersten Moment wie so ein Dialog mit sich selbst. Oder so eine Traumsequenz oder so eine Reflexion seiner Gedanken von den Dingen, die gerade passiert. Naja, Traumsequenz ist ja schon, es findet ja auch im Wachzustand statt. Und diese Sequenzen gibt es ja auch im Alltag, wenn er irgendwie, die sind in einer Leseprobe. Und plötzlich wird umgeschnitten zum Dialog mit Angelique. Und da wird so ein bisschen thematisiert, wie er gerade die Situation wahrnimmt. Ja, klar. Aber das Bild ist ja auch so ein bisschen milchig und so. Also es wirkt so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen, von der Inszenierung wirkt es wie ein Traum, finde ich so. Ja, aber dann sind eben auch Tagträume dabei, weil das einfach, ja, wie auch immer. Halt so die Unterhaltung mit sich selbst, mehr oder weniger. Ja, jetzt werden eben da neue Tänzer engagiert. Und eine davon ist natürlich auch gleich die potenzielle Nächste, mit der er schlafen möchte. Hat aber parallel dazu jetzt aktuell noch Kate, seine jetzige Freundin, mit der er sich auch immer wieder verarbeitet. Und neben all dem ist er eigentlich am Kette rauchen. Also das ist schon krass, weil selbst wenn er da die Tänzer inszeniert und zum Teil mittanzt, das gibt eigentlich nicht eine Einstellung, in der er keine Fluppe im Mund hat. Also der ist hier permanent am Rauchen, trinkt natürlich auch entsprechend viel. Wir sehen eben zu Beginn auch, dass sich dann alle möglichen Pillen auch immer wieder einwirft, und dabei klassische Musik hört und so versucht, seine ganzen Termine irgendwie zu balancieren. Also das ist eben die Proben für die Show, das Schneiden des Films, das Drama mit Ex-Frau und Tochter. Und dann immer wieder diese Unterhaltung mit Angelique, während er konstant ignoriert, was seinem Körper ihm so für Signale gibt. Wird dann oberflächlich von einem Arzt, der noch mehr hustet, als er untersucht. Ein bisschen drüber die Szene, aber okay. Der wird halt von der Produktion angestellt, soll ihn checken und hört ihn ab und hustet dabei einfach so laut, dass der eigentlich gar nichts gehört haben kann. Aber ja, so ist es. Ja, was ich spannend finde, also wir haben vorhin kurz diese Meta-Ebene angesprochen. Das geht noch weiter, weil die Dame, die diese Kate Jagger spielt, wird von Anne Reinking gespielt. Und die war im echten Leben nämlich genau die. Also sie war eine Freundin von Bob Fosse und hat eben genau das mitgegeben. Also im Endeffekt spielt die sich hier selbst. Und es gab ja auch noch Julie Haggerty, die ursprünglich hier auch hätte mitspielen sollen. Die selber auch mal eine Liaison mit Bob Fosse hatte, die also unterm Strich sich auch selbst gespielt hätte, die aber rausgeschnitten wurde hier komplett. Ja, ist abgefahren. Sowieso diese Idee zu dem Film, also laut Trivia-Facts war das Shirley MacLanes Idee, die ja sehr viel mit ihm zusammengearbeitet hat. Und als er mal wegen einem Herzinfarkt im Krankenhaus lag, hat Shirley MacLane zumindest behauptet, dass sie es war, die ihn auf die Idee gebracht hat, ein Musical über seinen Tod zu inszenieren. Ja. Und das Ganze ist, hat 12 Millionen gekostet. Was ich spannend daran finde, auch da wieder gibt es ja irgendwo eine Meta-Ebene. Er hatte von Columbia 10 Millionen bekommen und dann fehlte aber diese Endsequenz, nochmal diese große Musical-Nummer vom Ende. Die hat auch noch was geschluckt. Und dann hat Columbia gesagt, ja nee, machen wir nicht. Also du hast jetzt 10 Millionen verballert, mehr gibt es nicht. Und dann haben die ein Screening für Fox organisiert mit dem Material, was die schon gemacht hatten. Und die haben das gut gefunden und so gab es 2 Millionen on top. Und das Dreiste finde ich aber, dass Fox hier das Top-Billing hat. Okay. Weil die eben quasi den Arsch gerettet haben mit der Aktion. Da haben sie gesagt, okay, was könnt ihr für uns tun? Ja. Schon dreist. Also ja, 10 Millionen von Columbia, 2 von Fox. Trotzdem steht hier ganz groß Fox drauf. Ja, aber das passt halt auch inhaltlich einfach total gut, weil das ist ja hier ähnlich wie eben mit seinem Schneide-Prozess von diesem Film, den er da schneidet, über Davis Newman. Da heißt es ja auch genau das. So, sie sagen, er kommt an und sagt, Mann, du bist 2 Millionen über Budget, so, das geht nicht mehr. Du musst, so, Gott hat die Welt in 6 Tagen erschaffen und du kriegst in 7 Monaten nicht so einen Film geschnitten, was da los. Und dann gibt es ein Screening, wo er ihm zeigt, was er verändert hat. Und dann sagt er ja, okay, wow, wie krass, alles klar. Ja, natürlich, so geben die dann noch mehr Geld dafür, weil sie es geil finden. Und das hat halt irgendwie nochmal so eine Meta-Ebenen. Das finde ich schon krass in dem Film. Das sind sowieso viele Meta-Ebenen. Auch das, wie er die Show inszeniert, das so anzüglich ist und die gesagt haben, das können wir ja nicht verkaufen und there goes the family audience und so, weißt du. Und das sind auch alles Sachen, womit sich halt Filmemacher auch umplagen müssen und so und das ist schon interessant. Ja. So, nochmal kurz zum Rest der Besetzung. Audrey Parris wird von Leland Palmer gespielt. Jetzt keine Dame, die wahnsinnig viel gemacht hat. Max Wright habe ich schon erwähnt. Alps Dad. Der ziemlich abgestürzt ist nach der großen Alps-Serie. Immer wenn Dave da ist, Renaud über Alf, Alter, was ist da los? Ja, der hat, ich glaube noch einen Film gemacht, ne? Ja, ja. Mit Norm, das Ding und dann war's das, ja. David Margulies könnte man noch kennen, schließlich Bürgermeister bei Ghostbusters. Der ist ja einer der Produzenten. John Lithgow spielt einen, so einen rivalisierenden Regisseur. Ja, das ist es zur prominenten Besetzung. Und der Film ist halt auf sämtlichen Listen. Also ist auf der Schneiderliste, ist in der Craterion Collection, ist in der Narrative Top 250 auf Letterboxd und war die erste VHS mit einem Stereo-Soundtrack, was ich auch irgendwo ganz cool finde. 1979 sind wir hier. Ja, Musik spielt hier natürlich stark mit rein. Logisch. Davon gibt's sehr viel. Deswegen steht im Genre nicht nur Music, sondern auch Musical. Weil es wird schon viel gesungen und getanzt. Alles andere wäre aber auch komisch bei dem Inhalt. Ja, klar. So, und wie fandst du das? Sensationell. Natürlich. Wenn du im Care-Bear-Film sechs Punkte gibst, dann musst du diesen Film auch sensationell finden. Alles andere wäre komisch. Ja, tatsächlich. Also ich bin erstmal bei der Anfangssequenz. Ist er eingestiegen, da läuft er die ganze Zeit on Broadway von George Benson, dieser Song. Und dann siehst du diesen Casting-Prozess und dieses Chaos und du siehst alles, es wirkt halt wie eine Plansequenz. Da dachte ich schon so, okay, PTA, weißt du, Öffnungssequenz, lässt grüßen. Später dachte ich an Birdman. Ja, aber es ist ja gar keine Plansequenz, es sind super viele Schnitte dran. Deswegen habe ich extra, wegen dir habe ich formuliert, dass es wirkt wie eine Plansequenz und keine Plansequenz ist. Aber es wirkt ja nicht wie eine Plansequenz. Es wirkt auf mich wie eine Plansequenz, Mann. Okay. Weil die ganze Zeit irgendwie diese Kamera über diese Bühne schwebt und du siehst, wie er mit den Leuten interagiert. Ja, natürlich ist das zusammengeschnitten, aber trotzdem, es hat irgendwie was von Paul Thomas Anderson. Ich kann mir nicht helfen, es tut mir leid. Es kam so bei mir an. Später dachte ich an Birdman, später dachte ich an Tick, Tick, Boom natürlich mit Andrew Garfield. Ja, da dachte ich tatsächlich auch oft dran, ja. Das hatte so ein bisschen den Touch. Und Alter, nach all dem Tanz, Glamour und Showbusiness, wo halt auch die Schattenseiten zwischendurch gezeigt werden und Lachen und Gesang und so, die durch diesen Film gehen, wie gut ist diese bitterböse Endszene, Alter? Das ist einer der genialsten Schlussszenen, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Das fand ich groß. Also, Moment, jetzt muss ich, nur damit ich genau weiß, wovon du sprichst. Okay. Und diese Szene ist für mich genial. Letzte Einstellung. Ja. Mehr nicht. Ja, nur die letzte Einstellung. Roy Scheider, Alter, on top of his game. Ich habe den Typen tausendmal gesehen bei French Connection, bei Jaws, bei wirklich guten Filmen, Your Sorcerer und so. Aber für mich war er tatsächlich noch nie so gut wie hier. Das ist wirklich krass, wie er den spielt. Weil er ist ja, also er ist ja trotzdem sympathisch. Er ist ja irgendwie... Naja, also das muss ja funktionieren. Also, weil sonst glaubst du ja nicht, dass er bei diesen ganzen Ladies landet. Natürlich muss er das, also der Charme muss funktionieren. Ja, aber du magst, es ist kein Charakter, den du abstoßend findest. Haben ja auch manche Filme im Zentrum. Der ist ein krasser Opportunist, der ist ein Arschloch, der trinkt und säuft und nimmt Drogen. Kann man jetzt vielleicht auch wieder ein psychologisches Bild draus basteln. Warum findet Gess diese Person nicht abstoßend? Hm, der schläft mit Gott und der Welt. Ja, natürlich. Vögelt sich durch die Weltgeschichte. Pfeift sich permanent irgendwas rein und es wird von allen angehimmelt. Naja, aber er ist ja trotzdem beliebt bei vielen Leuten. Das sag ich doch. Na gut. Ne, also ich bin da nicht hundertprozentig bei dir. Also für mich funktioniert das mit dem Charme. Und ich glaube auch, dass der eben über den Charme so bei den Leuten ankommt. Ich find den aber nicht durchgehend sympathisch als Figur. Natürlich ist er nicht durchgehend sympathisch, aber darauf würde ich ja hinaus. Aber trotzdem ist er, du siehst ihn ja auch als Familienvater und so wie er interagiert. Er liebt ja seine Tochter und so. Ja, aber auch da finde ich, man sieht halt was für ein beschissener Vater. Ja, natürlich ist er auch kein guter Vater. Das meine ich ja mit diesem Ambivalenten. Aber er ist nicht durchgängig, nur ein Arschloch. Ne, durchgängig sowieso nicht. Ne, klar. Und da spielt er gut. Spielt er gut. Und wo ich mich so ein bisschen schwer getan hab, ist ihm den Tänzer abzukaufen. Also weil es gibt ja schon auch Sequenzen, wo er ein bisschen mittanzt. Ja. Und da fehlte es mir halt irgendwie an Körperspannung. Also für mich Leute, weil ich kenn halt Leute, die professionell tanzen. Ich hab schon mit professionellen Tänzern zusammengearbeitet. Und jemand, der halt irgendwie, selbst wenn das schon Jahre her ist, aber wenn du halt irgendwie, das ist wiederum was so, da ich hab das Gefühl, die Muskulatur vergisst nicht, dass du mal viel getanzt hast. Also ich find die Haltung von Tänzern ist einfach immer irgendwie eine sehr spezielle. Und ich finde, die hat er halt einfach oft nicht gehabt. Okay. Fiel mir nicht auf. Aber da hab ich auch, da fehlt mir der Tanz-Background, den du hast. Ja, mag sein. Das find ich halt bei so einer Figur irgendwo wichtig. Aber was ist hier so die ganze emotionale Palette, die er spielt, da bin ich voll bei dir. Das hat er super gemacht. Auf jeden Fall. Richtig gut. Ja. Aber er ist ja auch da, ne. Das ist natürlich ein super dankbares Ding mit dem Konflikt, den du da hast. Und erst recht, wenn der so ein Lifestyle lebt. Und dann, wie das Ding zu Ende geht und so. Das ist natürlich eine sehr dankbare Rolle. Hat er gut gemacht, auf jeden Fall. Mhm. Hast du mal geguckt, wer in dem Jahr den Oscar bekommen hat für die beste Hauptrolle? Nee. Ich auch nicht. Guck ich selten eigentlich, wer da den Co-Grenz-Oscar bekommen hat. Wir können es ja mal nachgucken. Und ich find's aber für 79 ist das echt ein sehr progressiver Film von der Machart, von dem Schnitt, von der Inszenierung. Weißt du, dieses etwas verschachtelte, dieses etwas nicht so ganz greifbare, ist kein realistisches Biopic. Gleichzeitig verfilmt er irgendwie sein eigenes Leben als langes Sterben und so. Und trotzdem zeigt er diesen ganzen Glamour und so, wie es halt abgeht am Broadway und wie hektisch das sein kann und was da alles hinter steckt. Und dass du mit wem du dich alles abkaspern musst. Es ist ja praktisch, was wir schon übers Filmemachen gesehen haben. Diverse Filme zeigt er uns hier, was so Musicals angeht. Und halt so Broadway-Aufführungen und was da hinter steckt. Was für ein Stress das ist, ohne das Ganze so zu verschönern, dass man jetzt wie bei Fame oder so, dass man jetzt irgendwie unbedingt jetzt Tänzer werden will oder so. Weißt du, da gibt's ja einige Filme so wie Flashdance und so, wo du sagst, alles klar, da sind die Tanzschulen wieder auseinandergebrochen. Ja, finde ich aber auch tatsächlich, da würde ich dir auch gerne widersprechen. Okay, wir sind hier anscheinend. Weil ich finde, der reißt das an, aber wirklich was erfahren tust du nicht. Also bei Showgirls erfährst du wahrscheinlich mehr über, was sich hinter der Bühne abspielt oder was so eine Produktion aushalten muss, bis sie auf der Bühne landet. Ich finde, wir kriegen da immer wieder so Ausschnitte von ihm, aber es ist primär über seine privaten Geschichten aufgezogen. Also weißt du, selbst wenn er mit den Tänzern interagiert, dann ist das eben primär die eine, die er gerade bumsen will. Da spielt der Show-Kontext und wie sie damit in der Show funktioniert, wirklich nur ganz untergeordnet eine Rolle. Deswegen finde ich, wir erfahren nicht wirklich was über, wie wird so eine Produktion gestemmt und was braucht es, bis die so auf der Bühne landet. Sondern es funktioniert eher über den Status, mit dem er eh schon eingeführt wird. Und dann musst du das halt glauben als Zuschauer, was man ja auch tut. Aber ich finde nicht, dass man viel über den Probenprozess und wie so eine Show zustande kommt lernt. Das ist keine Doku, aber du siehst trotzdem zwischen den Zeilen auf jeden Fall, was hier abgeht. Und dass seine Frau praktisch für diese ganzen, dass er einerseits ein schlechtes Gewissen hat, weil er fremd geht und weil er kein guter Ehemann war. Ja, aber eben, es geht mehr um diese privaten Belange. Ja gut, aber seine Frau wird ja auch besetzt. Und dann geht es darum, in welcher Form die Produzenten zum Beispiel auch die Frau akzeptieren, weil sie eigentlich viel zu alt ist für ihre Rolle und so weiter. Weil die stecken ja da Geld rein und so. Ja, aber siehst du, so wie es läuft, er hat ja im Grunde aufgrund seines Status dann sowas wie das letzte Wort. Aber ich finde, es gibt andere Filme, die uns das besser näher bringen. Ich finde zum Beispiel bei Opening Night hat man, finde ich, über diesen Probenprozess, wo es auch stark um ihre persönlichen Befindlichkeiten darin ging, hat man trotzdem mehr über den Probenprozess von so einem Stück erfahren. Der ging ein bisschen tiefer, ja, auf jeden Fall. Und deswegen, ja, also das ist am Rande irgendwo, kriegt man mit, wie es so am Broadway vielleicht zugeht. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr von gesehen. Aber es ist klar, dass der Film einen anderen Fokus hat. Logisch. Ja, schon echt ein guter Film, ja. Finde ich auch. Das ist wahrscheinlich dann mein Opening Night hier. Hier echt gar nichts aussetzen. Ach, echt? Ja. Okay. Ganz großes Kino für mich. Ja, stellenweise schon auch echt sexy, ne? Also diese eine Tanznummer, die er da inszeniert. Ja. Das ist geil, geil inszeniert. Also auch, wie sie es bildsprachlich eingefangen haben, finde ich echt groß. Ich mag auch die Songs, also tatsächlich eingängige Nummern. Ja, da bin ich auch nicht komplett bei dir. Bist du beim Glücksbrächer-Standard, ja. Ne, du bist ja der Sir Carrolot mit den sechs Punkten, Alter. Aber da haben sie dich, hast du ja gesagt, haben mich die Songs auch nicht bewegt, insofern. Ne, da gingen sie mir auf den Keks. Hier ist es nur so, dass ich die nicht alle Mörder gut fand, aber klar, also zweckdienlich auf alle Fälle. Die letzte Nummer fandst du auch nicht gut? Doch, die fand ich richtig gut. Okay. Sag ja, diese eine sexy Nummer fand ich super. Mhm. Und ja, das Endding ist grandios auf jeden. Okay. Bekannten Song ungedichtet. Mhm. Ja. All the Jazz. Hast du noch was? Das ist bestimmt ein Pornofilm, den sie All the Jazz genannt haben, oder? Bestimmt. Also wenn nicht, dann Copyright zu mir. Gut. Punkte, IMDb 7,8, hat einen Meta-Score von 72 und Letterboxd ist hier bei einer 4,3. Der Film ist auf der Narrative-Liste und der Film ist natürlich auch auf der Schneider-Liste. 4,3, ey, da rasten sie alle aus. Ja. Ich raste dann mit aus. Bin bei 10. Ach komm. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Du hast nur 10. Mhm. Du? Acht. Acht. Yes, sir. Auch wieder gepflegte Zwei-Punkte-Unterschied. Nicht ganz so viel wie beim Glücksbärche-Film, aber gute Diskrepanz. Dave, hast du den Glücksbärche-Film gesehen? Na, Logo. Wie viele Punkte? Habe ich noch nicht gedacht. Aber rückblickend. Jetzt unterhält er sich hier mit jemandem aus dem Off. Da gibt es die Verse vorne. Siehste, hat er gleich mal gecheckt, natürlich. Oder musste er gar nicht checken, wusste er aus der Erinnerung. Scheiße. Leute, wir kriegen das nicht. Also wir kriegen, wir werden Dave hier akustisch nicht mit reinkriegen. Das müssen wir dann untertiteln, wenn ihr euch hier weiter unterhalten wollt. Danke. Also All The Giz kommt diverse Male als Porno vor. Erstmalig 1999 von Hollywood Sales. Wie ging es weiter? Oh ja, 2006. Es gibt sechs Pornos auf jeden Fall. Sechs Pornos, die All The Giz heißen. Also Giz, tut mir leid. Aber gute Idee. Aber wenn wir schon beim Thema sind. Ich weiß ja nicht, worüber ich sonst noch reden kann. Aber ich lasse immer natürlich meine Blicke schweifen. Was hat sich hier bei Lee verändert? Ich sehe auf jeden Fall, wenn es schon Thema war, seine frisch angebrachte hier Klimmzugstange. Sieht auf jeden Fall fresh aus. Ein Loch daneben sieht nicht ganz so fresh aus. Ja, Berliner Altshof. Da muss ich wahrscheinlich nochmal in Spachtelmasse vorbeikommen. Genau, weil das kriege ich selber nicht hin. Danke. Und ey, an das Groupie-Volk hier. Ja, an alle Groupies von Lee. Wenn ihr wissen wollt, welche Farbe er bei Boxershorts bevorzugt. Ist auf jeden Fall Blauton in verschiedenen Ausprägungen. und damit gebe ich wieder zurück an Geld. Danke. Das ist nett. Schön, dass Gossip Dave noch dazu geschlossen ist. Ja, total. Der hat hier die ganze Umgebung analysiert. Wir hatten vorhin hier auch schon so eine Lady an der Tür. Aber ich glaube, das hatte nichts mit Groupie zu tun. Also wenn Dave hier gewesen wäre am Anfang, da hätten wir auf jeden Fall noch ein viertes Mikro angebohrt. 100 Pro. Der hätte die reingebracht. Ja. Ach, ich glaube, wir werden in absehbarer Zeit noch einige andere Stimmen neben unseren hier zu hören bekommen. Deswegen, ich weiß nicht, ob da jetzt eine komplett fremde Lady, die nichts mit Filmen am Hut hat, hier angebracht gewesen wäre. Ich bin doch sonst immer so offen für alles. Vielleicht überrascht die dich dann mit einem Unterhaltungsfaktor vom Allerfeinsten und einem Filmwissen. Weiß man nicht. Klar. Aber dir ist schon klar, dass die uns was verhökern wollte und dass das wahrscheinlich echt lange gedauert hätte, bis wir die hier vor das Mikro gezerrt bekommen haben. Ist schon mal gut, dass sie Sätze formulieren kann. Wenn die irgendwas verkauft, dann kann die das schon mal. Und wenn die vielleicht, du hast sie nicht gefragt, ob sie Filme mag. Das hätte ich sie gefragt. Die hat ja nicht gefragt. Lee meinte ja so, ja, wir sind hier in der Aufnahme, ich kann jetzt nicht. Und sie so, ach so, was macht ihr denn? Ja, tschüss. Und spätestens da hätte ich gesagt, interessierst du dich denn für Filme? Also die Frage hätte ich schon noch gestellt. Ja, ist klar. Wir drehen hier gerade Pornos. Dreht hier gerade all the giz zufällig. Sucht hier noch Statistinnen. I came for the body count. Genau das, ja. Oh boy. So, ich habe zweimal daneben geraten heute. Und das reicht für fünf Miese. Okay. Dass mein Guess einfach wieder Punkte raushaut. Ach ja. Und du bist bei dreieinhalb Miesen gelandet, schlussendlich. Dreieinhalb. Also Punkt für Guess. Dreieinhalb zu fünf, Punkt für mich. Alright. Wir werden sehen, was der Rest des Monats bringt. Äh. Ja. So Freunde, jetzt gibt es nochmal eine fette Ankündigung. 3578 Filme haben wir rezensiert. 435 Episoden haben wir offiziell rausgebracht. Und einige werden sagen, die Hölle friert zu. Aber nach fünf Jahren, glaube ich, haben wir uns mal verdient, nach drei Episoden die Woche mal ein bisschen blau zu machen. Und deswegen, das war die letzte offizielle Episode. Wir gehen in die Pause. Ja. Es ist vorbei. Es ist, alles ist vorbei. Aber wir sind natürlich verpflichtet, unseren zahlenden Gästen natürlich noch Content zu liefern. Das heißt, wer neue Episoden haben will, muss bei Patreon Steady abonnieren. Die gibt es natürlich noch. Unsere Supporter Episoden werden rauskommen. Da werden wir auch die Auftragsfilme unterbringen. Vielleicht werden die ein bisschen umfangreicher. Vielleicht kommt zwischendurch noch eine zusätzliche Support Episode. Wissen wir nicht. Wie immer halten wir uns alles offen. Aber reguläre Episoden ist erstmal hier. Ist erstmal Schicht im Schacht. Ja. Nach fünf Jahren brauchen wir mal ein bisschen Erholungspause. Und wir müssen auf jeden Fall eine Menge Stuff nachgucken, weil ich habe jetzt hier... Das ist es. Also gut, ich werde da vielleicht ein bisschen selektiver vorgehen, weil nicht jeden Zehn-Punkte-Film von dir gucken, aber dann doch einige, die mich sehr interessieren. Da hat sich schon sehr viel lang gesammelt an Filmen, die du hier schon hattest oder die unsere Gäste hatten. Und die Zeit werde ich natürlich auch nutzen. Und werde die mal nachlunzen. Und deswegen wird es vielleicht die ein oder andere Punkte-Nachrechnung in der Support Episode geben. Mal gucken. Also wer Bock hat, über den Linktreen natürlich gerne da reingucken. Und zum Geburtstag wird es natürlich auch noch was von uns geben. Ja. Wir haben es ja nicht umsonst versammelt. Was wissen wir noch nicht? Was wissen wir noch nicht? Wir wissen nicht, was es wird. Aber so als offizielle Episoden ist erstmal hier... Erstmal hier Sensor jetzt. Machen wir erstmal Sommer. Ja. Hier. Nein! Turn that Scheiße auf! Turn that Scheiße auf. Ja, aber es ist ja nicht so, dass ihr keinen Stoff habt, den ihr irgendwie hören kann. Dafür haben wir schon genug vorgearbeitet. Ja. Ich denke, das haben wir uns verdient. Glaube ich auch. Oder? Dave, mach Daumen hoch. Also, seinen Segen haben wir. Sehr gut. Ja, euch wünschen wir natürlich auch einen schönen Sommer. Und verbringt ihn gut. Bleibt gesund. Bleibt uns gewogen. Hört in die alten Episoden rein. Hört in die neuen Episoden rein bei Patreon Steady. Ganz wie ihr mögt. Und wir sind natürlich immer noch aktiv bei Social Media und Co. Ja. Also, wenn da was ist, gerne zu uns. Und dann... Es gibt uns noch. Es gibt uns noch. Und irgendwann wollen wir uns dann wieder zurück. Genau. Wann? Verraten wir noch nicht? Auch das halten wir uns offen. Ja. Vielleicht in fünf Jahren. Vielleicht in 15 Jahren. Das ist ja geil. Was ist ein Comeback, ey. Don't call it a Comeback. Genau. So. Willst du noch was loswerden? Ne, ich hab nichts mehr. Dave, hast du noch was loswerden? Hast du noch was? Mikroben gereichelt. Nein, danke. Okay, dafür hat es sich gelohnt. Großartig. Das war spektakulär. Ja. Irgendwelche Schlussworte? Nein, natürlich. Ich möchte auf jeden Fall gratulieren an der Stelle schon mal für fünf Jahre geilen Content und Input. Ich liebe euch beide, aber das wisst ihr ja sowieso. Ja, Gratulation nehmen wir natürlich noch entgegen hier nach unserem Fünfjährigen am 11. Juni. Ja. Viele Glückwünsche sind natürlich schon reingeflattert. Also danke dafür und hören wir natürlich mal gerne. Ja. Vielen Dank Anhängerschaft, Freunde. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ihr seid die Geilsten. Banausengefolgschaft. Ihr seid die Geilsten. Bis bald. Bis dann mal raus. Tschüss. Bewegt Bild Banausen.